Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, Mahlzeit, wo auch immer, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch ganz herzlich zu deinem nächsten Talk. Philipp und ich sind wieder beisammen und haben uns tatsächlich zu dem Termin getroffen, den wir uns auch vorher vorgenommen haben und zwar in zwei Wochen, sprich heute ist der 30.09. und die Aufnahme kommt auch tatsächlich jetzt zustande nach der ein oder anderen Komplikation. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz besonders heute, dass Philipp wieder am Start ist in alter Stammbesetzung. Und ja, Philipp, grüß dich, wie geht's dir? Gut, danke. Ja, freut mich auch, dass wir heute weitermachen können. Und ja, du hast mich ja gestern Abend schon angeschrieben für heute. Wird ein bisschen, ich weiß nicht, ob es kontrovers wird heute, aber wir hatten ja nochmal kurz miteinander geschrieben über WhatsApp, ist ja direkt auch jetzt das böse Medium. Nein. Und zwar, wir wollen heute mal ein bisschen über, ja, das große Thema Datenschutz eigentlich reden. Beziehungsweise, was machen Social Medias mit uns? Was bedeutet eigentlich Technik in gesellschaftlichen Zusammenhängen? So, ich glaube, das sind so, wenn ich das ganz groß umreißen darf, jetzt so diese Themen und die es heute, glaube ich, so ein bisschen intensiver geht. Wir hatten es eigentlich in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten auch, möchte ich sagen. Ja, genau. Aber ich glaube, heute wird es auf jeden Fall, jetzt habe ich es nochmal ein bisschen intensiver. Und zwar geht es hauptsächlich eigentlich um die Doku The Social Dilemma auf Netflix. Die hatte ich mir vor, oh Gott, einer Woche reingezogen. Habe sie ungefähr, gefühlt jetzt innerhalb der Woche, jedem empfohlen, den ich irgendwie kenne, weil ich sage, okay, die Doku hat auch irgendwie, ich habe sie ja heute nochmal gesehen, das möchte ich gleich nochmal vorneweg sagen, weil ich sie einfach in die Zusammenhänge, die sie darstellt, sehr, sehr gut fand. Aber dazu später vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Jedenfalls habe ich sie natürlich auch Philipp empfohlen und gesagt, guck da mal rein. Und ich fand sie jedenfalls ziemlich interessant. Und Philipp hat, glaube ich, eine ganz andere Meinung von dieser Doku, als ich das habe. Von daher wird es heute auf jeden Fall spannend in der Diskussion. Ich habe aber noch ein anderes Thema mitgebracht, hat aber unterm Strich auch was damit zu tun. Und zwar möchte ich ganz gerne ein bisschen in diesem Zusammenhang über die Oculus Quest 2 reden. Beziehungsweise, ja, über Oculus und Facebook. Aber das hängt ganz unmittelbar eigentlich damit zusammen, was da jetzt eigentlich abging. Genau. Von daher, Philipp, wie hat dir die Doku gefallen? Genau. Also vorweg, ich habe die dann auch heute Morgen gesehen. Und wie du schon gesagt hast, also wir haben nicht viel, wir haben mal, ich habe eben kurz geschrieben, also ich habe dir ja kurz geschrieben, dass ich sie gesehen habe. Also wir haben uns nicht vorher abgesprochen, was wir jetzt sagen und so weiter. Und wie du schon vermutest, ich fand sie nicht allzu geil. Ich habe ehrlich gesagt hier gesessen und hatte teilweise einen Puls von 180. Das ist aber schon krass. Nee, ich habe mich... Hast du etwa ein Trekkinggerät um den Arm gehabt, der das Impuls gemessen hat, Philipp? Ja, aber das funktioniert. Also lustige Story am Rande. Ich habe so eine Uhr, die das auch, also das sind ja so Lichter, die dann in den Arm reingehen und durch die Reflektion von dem Licht misst das Ding das irgendwie, genau weiß ich es ja auch nicht. Aber das Ding funktioniert bei mir nicht richtig, seit ich das Tattoo am Arm habe. Deswegen kannst du das schon mal abholen. Mach das Tattoo einfach wieder weg, Philipp, dann funktioniert die Technik auch. Ja. Beste Entscheidung, ja. Genau. Gibt es auch wieder erst für mich. Du hast auf jeden Fall einen recht längeren Text nochmal geschrieben, was wir auf jeden Fall vorher nochmal erwähnen sollten. Erstmal, dass wir uns vorher nicht abgestimmt haben. Das ist auf jeden Fall richtig, dass wir beide unsere persönliche Meinung jetzt hier äußern werden. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie entweder von Netflix beziehungsweise jetzt von Facebook, Google etc. um diese ganzen Konzerne, um die es jetzt gehen wird in dieser Folge, in irgendeiner Weise bezahlt werden. Ich verdiene mit YouTube jetzt kein Geld. Von daher, ja, also und wenn, dann wäre es unfassbar wenig. Von daher sprechen einfach aus Erfahrungen, die wir haben, beziehungsweise, ja, schildern eigentlich einfach nur unsere eigene Meinung zu der ganzen Thematik. Und ja, sind, wie du auch gesagt hast, auf jeden Fall keine Experten in dem Bereich. Das bedeutet einfach nur, Philipp ist Entwickler, beziehungsweise du bist, ja, Informatiker. Genau. Kann man ja schon sagen, bist ja ausgebildet und von daher zertifiziert. Du kennst dich halt im technischen Bereich ziemlich gut aus, was geht, was geht nicht. Ich bin immer noch im Studium, beschäftige mich aber privat ziemlich viel mit der ganzen Geschichte. Bedeutet aber nicht, dass wir hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das muss man natürlich auch nochmal ganz ausdrücklich sagen. Und es kann natürlich sein, dass wir hier Sachen raushauen werden, wo er sagt, Gottes Willen, die beiden haben ja überhaupt keine Ahnung. Wenn dem so sein sollte und ihr wisst es besser, kommentiert es bitte, beziehungsweise schickt uns in irgendeiner Form. Danach geht er auf YouTube und kommentiert. Oh Gott, diesen Satz bereue ich noch. Ne, jedenfalls, da komme ich später auch nochmal zu. Ja, korrigiert uns gerne, das möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Falls wir wirklich komplett daneben liegen und wir uns in irgendeiner Sache verrennen sollten. Und nicht nur bei fachlichem, sondern auch wenn es um irgendwelche politischen Themen gleich geht, weil gerade Datenschotten so ja auch ein sehr politisches Thema ist. Das sind wie gesagt unsere Meinungen. Und wenn ihr eine andere habt, gerne in die Kommentare damit, weil ja, Weiterbildung funktioniert durch Meinungsaustausch. Deswegen nehmt es uns nicht übel, wenn wir was sagen, was euch nicht passt. Und dafür sind wir offen für Kommentare. Genauso ist es. Also wie gesagt, ich denke, es wird sowieso so eine, wenn es überhaupt zu Kommentaren großartig kommt, so eine gewisse Lagerbildung vielleicht auch geben, weil du, denke ich, ein paar Sachen vielleicht auch anders siehst als ich. Oder beziehungsweise umgekehrt. Ist ja klar. Ja, wollen wir mal anfangen. Ich habe mir tatsächlich auch das erste Mal, ich bin sonst eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür, der mir zu irgendwas großartig Notizen macht, wenn ich was gucke. So. Und diesmal habe ich aber gesagt, ich so, nein, ich will eigentlich auf so viele Sachen irgendwie eingehen. Und wir haben jetzt auch schon gesagt, wir glauben nicht, dass die anderthalb Stunden, die wir jetzt hier wieder gesetzt haben, dass sie dafür reichen werden. Aber gucken wir mal. Von daher würde ich erstmal damit anfangen, dass wir ein bisschen erklären für diejenigen, die die Doku nicht gesehen haben, dass wir kurz umreisen, um was geht es da eigentlich im Großen und Ganzen. Da würde ich gerne mit anfangen. Dann würde ich ein bisschen darauf eingehen, wie wir beide es verstehen, wie Social Media funktioniert. Ist das eher diese Werkzeugkomponente, ja oder nein. Ist ja auch in der Doku ein bisschen angesprochen worden. Dann würde ich ganz gerne auf jeden Fall auf Suboff ein bisschen eingehen. Die war auch Teil der Dokumentation, ist Autorin des Buches Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Das lese ich tatsächlich auch gerade. Also das war auch überhaupt nicht geplant oder so. Ich lese das Buch seit etwa oder habe es seit etwa drei Wochen, vier Wochen. Und die Doku kam, glaube ich, letzte Woche raus. Und Suboff spielt da eben auch eine Rolle. Kam meiner Meinung nach auch, das kann ich gleich vorwegnehmen, ein bisschen zu kurz in der Doku mit ihrer Idee, die sie eigentlich hat vom Überwachungskapitalismus. Das ist in der Doku nicht gut rausgekommen, meiner Meinung nach. Und da würde ich ganz gerne auch nochmal ein bisschen nachjustieren. Und deswegen wird, glaube ich, meine Meinung dann zu der Doku auch nochmal ein bisschen deutlicher, weil ich es eben in Kombination mit ihrem Buch sehe. Und dann würde ich ganz gerne auf den Punkt eingehen, dass im Prinzip jedes Individuum in so einer Matrix lebt. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen dieses Fazit dann, was da rausgeht. Da gehen wir dann auch nochmal, denke ich, ein bisschen intensiver drauf ein. Und dann als Frage, das greife ich dann aber nochmal zum Schluss auf, ob das jetzt in unserer Nutzung irgendwas geändert hat. Das habe ich mir auf jeden Fall auch noch notiert. Bei mir ist es, glaube ich, anders als bei Philipp. Aber dazu später dann auch nochmal mehr. Kurz zum Anfang, um was geht es in der Doku? Willst du gerade ein paar Takte dazu sagen? Ich ergänze dann, wenn du was vergessen haben solltest. Oder umgekehrt, wie wollen wir es machen, Philipp? Können wir so machen. Ich würde es vielleicht eh erst mal ganz grob und dann je nachdem zu was bekommen, dann vielleicht das nochmal kurz vorher ein bisschen genauer erklären. Ja, klingt gut. Und ja, ganz grob. Ich habe mir heute Morgen die Doku relativ unvoreingenommen angemacht. Und relativ schnell ging es dann doch relativ dramatisch um die Einflüsse, die Social Media zum einen auf jeden Einzelnen hat. Und im Verlauf der Doku dann auch auf, ja, nicht nur staatliche, sondern dann teilweise auch globale Themen. Und begleitet wurde das Ganze immer so ein bisschen von so einer User-Story einer Familie mit Vater, Mutter, Tochter, Sohn und noch eine jüngere Tochter. Und die älteste Tochter gar kein Smartphone. Und die beiden Jüngeren so ein bisschen, wurden so ein bisschen Smartphone-abhängig dargestellt. Und dann auch Eltern, die das nicht so cool fanden. Und die große Schwester, die immer nur gegen Smartphones gewettert hat. Und nebenbei dann eben die ganzen Experten-Interviews. Da kamen dann doch einige Leute vor, von denen man vielleicht schon mal ein bisschen was gehört hat, wenn man sich mit dem Thema untereinandersetzt. Unter anderem, ich weiß gar nicht, was der konkrete Begriff ist. Also quasi IT-Psychologen. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Weißt du das? Ich würde das tatsächlich den Begriff erst mal so stehen lassen, weil ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten. Also jedenfalls Leute, die eine spezielle Ausbildung darin erhalten haben, durch IT und Technik Leute zu manipulieren. Also gerade über Oberflächen, über Feedback-Bestimmungen, über was wird angezeigt und so weiter. Also Leute, die sich wirklich ungemein gut darin auskennen, was sie wie darstellen, aufpoppen oder als Benachrichtigung kommen lassen müssen, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Genau. Da geht es ja zum Beispiel um diese Wischbewegung, die ganz typische, die man beim Smartphone eben immer macht. Oder dass man sagt, okay, wischt man was nach unten, aktualisiert sich der Status und so weiter. Dass sowas nicht per Zufall irgendwie sich ergeben hat, sondern dass das explizit von Psychologen so reinprogrammiert worden ist. Das war zum Beispiel das markante Beispiel, was man da genommen hat. Genau. Und dann eben diese Leute in Verbindung mit Machine Learning. Also ein Algorithmus, der darüber, dass er Daten gefüttert bekommt und sich selbst Feedback von den Nutzern holt, indem er zum Beispiel misst, wie lange sie sich welches Bild angucken, nach welchem Bild sie offline gehen und so weiter. Der dadurch immer weiter ein bestimmtes Ziel anstrebt. In den meisten Fällen eben Aufmerksamkeit vom Nutzer, also mehr On-Screen-Time, mehr Zeit, die die Leute auf ihr Handy gucken in dem Fall. Und dann eben dieses Zusammenspiel zwischen diesen, ich nenne sie jetzt mal weiter IT-Psychologen und diesen Algorithmen, die eben wirklich darauf ausgelegt sind, die Leute immer besser zu verstehen und immer besser manipulieren zu können. Und dann ging's eben hauptsächlich ganz, 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 ganz viel um die Gefahren, die das birgt. Und eben immer unterstrichen von dramatischer Musik und dieser total dramatischen kleinen Familiengeschichte. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hab, ähm, also da klingt ja jetzt auch so ein bisschen raus, dass du über diese Spielfilmeinlage, die sie damit reingebracht haben, überhaupt nicht begeistert warst. Ähm, du hast ja, du hast mir ja geschrieben, dass die, ähm, ältere Tochter, dass sie die einzige ist, die keine optischen Makel hat, so wie ich dich jetzt verstanden hab. Führ das mal aus, was du meinst damit. Das war nur eins der Beispiele. Und zwar ging's darum, dass, ähm, gut, auf der anderen Seite, also man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt von mir rein persönlicher Standpunkt, weil logischerweise jeder sieht Menschen anders. Aber wenn ich mir so die drei Kinder... Das hab ich zum Beispiel gar nicht so gesehen, ja. Wenn ich mir die drei Kinder anguck, dann sieht die älteste Tochter halt normal aus. Sie sieht durchschnittlich aus, die hat keine besonderes auffälligen Merkmale. Der Sohn hatte dann relativ, also ich weiß nicht, ob das Aktenprobleme waren oder so, jedenfalls hat er irgendwas mit der Haut und eine relativ große Nase. Und die jüngste Tochter hatte eben, äh, relativ große und etwas abstehende Ohren. Ich weiß nicht, ob die für diese Aufnahmen extra nochmal gemacht wurden, weil es dann auch darum ging, dass sie da böse Kommentare auf Facebook und sowas abbekommen hat. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich glaube, dass es bei der kleinen Tochter schon so... Also da, bei ihr war es auf jeden Fall gewollt, da würde ich schon mitgehen. Ähm, ansonsten die ältere Tochter, oder das älteste... Ja, die älteste Tochter ist ja auch das älteste Kind gleichzeitig, die ohne Smartphone die ganze Zeit unterwegs ist. Bei ihr ist mir halt im Prinzip, ähm, auch aufgefallen, sie repräsentiert ja quasi so diese, diese Generation, die es noch... die noch weiß, wie es ist, ohne Handy, ähm, oder generell ohne Social Media in der Schule irgendwie zu sein. Das würde auch mal kurz in so einem Nebensatz von so einem IT-Psychologen da, ähm, benannt, der eben sagt, diese Generation Z, sprich, Leute, die, die Definitionen gehen natürlich auch auseinander, aber Leute, die nach 1996 geboren sind, ähm, wissen eigentlich im Schulalltag gar nicht mehr, wie es ist, ohne Handy klarzukommen. Sprich, die sind in der, in der Mittelstufe und, ähm, werden da einfach, haben da ein Handy und sind natürlich auch mit Social Media dann konfrontiert. Und unsere Generation, also Philipp und ich jetzt zum Beispiel, wir sind 95er, 94er Jahrgang, wir wissen noch, okay, alles klar, ähm, wie es auch ohne Handy geht, zumindest laut ihm. Ähm, allerdings spätestens bei uns in der Oberstufe hat es auf jeden Fall eine Rolle gespielt, würde ich schon sagen. Ähm, aber ich sehe das auf jeden Fall, äh, mit der dramatischen Musik, das würde ich unterschreiben, ähm, ist aber, glaube ich, immer auch dieser, dieser Tatsache geschuldet, okay, Netflix ist ein amerikanisches Unternehmen, also es ging in dieser Doku auch, glaube ich, hauptsächlich um erstmal die amerikanische Gesellschaft, ähm, weil ich immer der Meinung bin, dass so Europa, beziehungsweise auch wir hier in Deutschland, in einigen Punkten, die die Doku anspricht, noch so ein paar Jahre hintendran sind, wo wir sagen, okay, der Zustand ist bei uns noch nicht so weit fortgeschritten, wie das vielleicht in Amerika ist. Definitiv, ja. Aber so einige Punkte hast du, bei mir, wo ich die das erste Mal gesehen habe, da war, habe ich erschreckenderweise auch bei uns wieder gesehen, äh, würde aber immer sagen, ähm, es, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit als die, äh, Gesellschaft in Amerika und darauf ist die Doku halt auch gemünzt, sie ist für die amerikanische Gesellschaft, wir haben eine europäische Sichtweise auch auf diese Doku und sehen das dann, glaube ich, auch nochmal aus einem anderen, äh, Blickwinkel. Ähm, war jetzt aber nicht überwiegend, wo ich sage, okay, die komplette Doku ist deswegen jetzt Mist oder sowas. Ich stimme dir aber auf jeden Fall zu, dass das mit der dramatischen Musik und dass man im Prinzip genau mit solchen kleinen Nuancen, wo man sagt, okay, und hier versuchen wir nochmal so ein bisschen mit Nudging oder, ja, halt Manipulation, äh, die ganz unterschwellig stattfindet, nochmal die, den Gucker oder den, ja, den, den Zuschauer nochmal, oder die Zuschauerin, äh, in eine gewisse Richtung zu drängen, was sie jetzt über diese Doku oder über dieses ganze Thema an sich denken soll. Definitiv, ja, also da könnte ich jetzt auch, äh, wenn ich es mir nochmal langsam angucken würde und Notizen machen würde, ich könnte auch neben den offensichtlichen Sachen, wie das zum Beispiel, es die eine Szene gibt, wo der Bruder so unglaublich deprimiert über seine Ex nachdenkt und, äh, dann sucht die Schwester ihn und er legt erst mal regungslos im Bett für so eine Schreckensekunde, äh, bis hin zu der Gewaltbereitschaft von der Jüngsten, als sie dieses Zeitschloss von der Mutter knackt, um an ihr Handy ranzukommen und solche Sachen. Also, das sind auch noch ganz, ganz feine Sachen gewesen, die eben einfach so ein bisschen, ja, äh, ziemliche Dramatik suggeriert haben, sag ich jetzt mal. Und, ähm, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, was mich ein bisschen genervt hat daran, ist gut, also es ist ja letzten Endes, du merkst, es ist halt nicht nur für Dokumentationszwecke, wie wenn du jetzt auf Arte oder auf ARD, und selbst da hast du dann oft noch Dramatik drin oder so, sondern es war halt nochmal ein Stück dramatischer. Und während sie einen davor gewarnt haben, dass solche Firmen eben versuchen, die Aufmerksamkeit von jemandem zu fesseln, hatte ich halt das Gefühl, ja, okay, das macht ihr aber gerade auch, ne? Und das war dann immer so ein bisschen der zynische Beigeschmack bei dieser Serie. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde allerdings, dass so diese, man kann das jetzt natürlich auch so auslegen, wo ich dann gesagt habe, okay, sie haben eigentlich dieser, ähm, aber jetzt wird es halt so sehr, äh, Deutschleistungskursinterpretationsteil, ähm, dass du halt sagst, okay, sie dramatisieren das dann halt nochmal ein bisschen über, weil sie halt darauf aufmerksam machen wollen, dass die Lage ernst ist, so, dass du halt auf die Schiene auch nochmal argumentieren kannst. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, Philipp. Und, ähm, das, das finde ich auf jeden Fall, ist Geschmackssache, ob man das gut oder schlecht findet. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, es ist genauso, wie du Netflix an sich auch kritisieren kannst, also, äh. Richtig, genau das meine ich. Dass sie, dass sie genau das Gleiche machen, indem sie einfach selber Algorithmen anwenden, ähm, die sie mit dieser Doku eben kritisieren, dass sie eben sagen, okay, wir empfehlen dir natürlich, ähm, weitere Serien und Filme, die du, die auf das, was du bisher gesehen hast, irgendwie angepasst sind oder eine möglichst große Schnittmenge haben, dass du dich genauso in irgendeiner Filmserien-Bubble befindest, äh, wie das Social Media macht. So, ne, das macht Netflix genauso, ne, also, von der Geschäftspraktik her. Und, ähm, es ist aber meiner Meinung nach, und da ziehe ich echt einen Hut vor Netflix, muss ich wirklich sagen, ähm, dass sie gesagt haben, okay, wir machen trotzdem so, also, dass sie trotzdem so eine Doku drüber machen. So, weil ich glaube, äh, Leute, die das gucken und sich dann vielleicht mit dem Thema auch nochmal ein bisschen intensiver beschäftigen, werden auch merken, okay, aber Netflix macht ja nichts anderes. Von daher, da erwarte ich, ich erwarte da jetzt auch nicht von Netflix, dass sie jetzt hier nächste Woche ihren Algorithmus umstellen, aber ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf Netflix an sich hat. Also, das könnte man vielleicht auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ins Auge fassen, so in den nächsten paar Wochen, Monaten, wie, wie Netflix an sich darauf reagieren wird. Hängt natürlich auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, äh, wie wird die Doku aufgefasst, so. Also, ich habe jetzt, ähm, so in meinem Umfeld, zumindest, was ich so mitgekriegt habe, sie hat schon für Aufsehen gesorgt, die Dokumentation. So, also, es haben, äh, ganz viele Leute in meinem Umfeld geguckt, auch ohne, dass ich sie darauf hingewiesen habe. Ich habe, äh, ziemlich viele Zeitungsartikel schon drüber gelesen, von daher mal gucken, was das jetzt irgendwie für eine Welle schlägt oder, oder eben nicht, ne. Ähm, worauf ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen eingehen würde, ist, ähm, bevor wir zu dieser ganzen Algorithmus, äh, Sache, beziehungsweise, äh, wie soll ich das beschreiben, so diese, diese Gefahr von Social Media nochmal expliziter kommen, ist die Sache, die, ähm, äh, Shoshana, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Suboff anspricht, ähm, die im Prinzip als Wirtschaftswissenschaftlerin da auftritt und im Prinzip diese Konzerne als, äh, ja, jetzt nicht als böse beschreibt, sondern, dass sich sich, ja, dass es sich in einem Überwachungskapitalismus, wie uns, wie uns befinden und dieses Geschäft, nicht die Konzerne das Problem sind, sondern das Modell drumherum, in dem sie sich bewegen, was sie eben Überwachungskapitalismus nennt. Ähm, und mir ist dieses, diese Thematik, was ich vorhin auch gesagt habe, dass, äh, es eigentlich um Überwachungskapitalismus geht, ähm, ist mir nicht genug rausgearbeitet worden. Mir ist, äh, ich habe mit meiner Freundin die Doku, sie hat sie auch zweimal gesehen, wir haben sie beide zweimal gesehen, aber nicht zusammen. Ich war unterwegs, habe gesagt, hier, musst du sofort gucken und, äh, dann hat sie sich das auch angeguckt. Ähm, bei ihr ist dieser Satz hängengeblieben, ähm, ja, wenn du nichts, also, wenn du einen Dienst in Anspruch nimmst und dafür nichts bezahlst, bist du das Produkt, so, also, wenn du für ein Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt, so, ne, das war ja so ein Aufhänger, der in dieser Doku ganz groß, ähm, gemacht worden ist. Für Leute, die sich jetzt irgendwie gerade vielleicht einen Faden verloren haben, ähm, nochmal kurz zum Aufgreifen, bedeutet im Prinzip nichts anderes, ihr benutzt Google, ihr benutzt Facebook, ähm, könnt euch dort anmelden und ihr zahlt natürlich nichts für diese, also nicht mit Geld für diese, für diese Dienste, sondern diese Doku suggeriert einem ein bisschen, äh, ihr zahlt mit euren Daten, sprich Google und Facebook, äh, das sind auch so zwei dieser Hauptunternehmen, die diesen Überwachungskapitalismus betreiben, ähm, Google hat ihn sogar erfunden und, ähm, ja, die arbeiten eben mit euren Daten, die sie, die sie von euch kriegen, so, ne, und deswegen dieser, dieser Slogan, ähm, wenn du nicht mit, also, wenn du ein für ein Produkt nicht bezahlst, sprich Google oder Facebook, bist du das Produkt, so, ähm, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, so, meiner Meinung nach, und die Doku, ähm, kristallisiert das dann zwar in so ein paar Sätzen danach auch nochmal so ein bisschen raus, beispielsweise ist da ja auch, äh, Jaron Lanier, ähm, ähm, das ist der mit den ganz langen Rasterlocken, für die, die es gerade, äh, noch ein bisschen vor Augen haben und die Doku gesehen haben, der, ähm, ein riesengroßer Vorantreiber im Virtual-Reality-Bereich ist, von daher haben wir hier auch nochmal ein bisschen Bezug gleich dazu, ähm, ich finde ihn eine ganz, eine ganz großartige Person, der ist also ein super krasses Bein, was der hat und, äh, der ist, also der hat's richtig drauf, das muss man wirklich einfach mal so sagen, der, ähm, redet auch nicht unüberlegt, das hat man in der Doku auch, finde ich, deutlich gemerkt, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, so in dieser VR-Szene zu sehr drin, dass ich halt auf seiner Meinung viel gebe, was er halt sagt, aber auch, was er in der Doku von sich gegeben hat, hat für mich halt immer irgendwie Hand und Fuß gehabt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp. Äh, ich stimme dir an sich definitiv zu, nur, äh, auch nur eine kleine Nebenbemerkung, soll jetzt keine große Kritik sein, ich fand's nur vom Timing her unglaublich witzig, dass in der Doku noch beschrieben wurde, dass es nicht darum geht, Menschen direkt wie Marionetten zu kontrollieren, sondern dass es darum geht, einen Teil der Leute immer so ein Prozent in eine bestimmte Richtung zu treiben, das wurde ja so beschrieben, dass du nicht direkt die Leute quasi mit einer Gehirnwäsche an Fäden hast, sondern dass es, dass du nach und nach den Leuten eine Richtung suggerierst. Genau, das ist unbewusst passiert, das ist ja auch dieses, was in der Wirtschaftswissenschaft so als dieses Nudging, ähm, beschrieben wird, weiß nicht, ob dir, sagt dir das was, Nudging? Nein, sagt mir nichts. Okay, also Nudging, ganz einfach runtergebrochen, bedeutet im Prinzip, ähm, also unabhängig jetzt von Social Media, ähm, aber da kann man das halt auch unfassbar gut drauf anwenden, dieses Prinzip, bedeutet im Prinzip nichts anderes, du gehst in den Supermarkt und in, äh, Augenhöhe beziehungsweise Griffhöhe liegt eben gesundes Essen und nichts Ungesundes. So, und natürlich greifst du ganz unterbewusst, äh, zu dem gesunden Essen, weil es einfach, ja, angenehmer ist, in diese Richtung zu greifen oder es ist in einem, in einem schöneren Licht, ähm, ausgelegt oder besser präsentiert, so, ne? Das sind eher gesunde Sachen und zu denen greifst du eher, so, ähm, und Nudging bedeutet im Prinzip auch so dieses, äh, auf, auf Deutsch übersetzt, anstupsen, dass du so in so eine gewisse Richtung eben deine Handlungen auslegst, das bedeutet im Prinzip Nudging. Ist in der Wirtschaftswissenschaft, die letzten Nobelpreisträger, ähm, der Wirtschaftswissenschaften haben alle Nobelpreise für irgendwelche Nudging-Theorien bekommen, von daher, das ist ein, äh, riesengroßes Thema auch, wie gesagt, in der Wirtschaftswissenschaft, wo man eben sagt, wie, äh, soll man Verhalten eigentlich umlenken, dass wir beispielsweise für Klimaschutz mehr tun, ohne dass wir das eigentlich merken, so, ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Kann man natürlich auch, ähm, wieder sehr in, in, in falsche Richtungen lenken, wo man dann halt eben sagt, okay, jetzt wird's aber gefährlich. Und genau das macht im Prinzip, ähm, oder das dröselt, äh, das Social-Dilemma eigentlich ganz gut auf, durch diese Expertenmeinungen, meiner Meinung nach. Genau. Ja. Und, äh, wie gesagt, nur weil ich's witzig fand, es war dann doch relativ amüsant, als er dann da saß und meinte, er will jetzt gar nicht, dass alle, die ihm zuhören, sofort alle ihre Social-Media-Accounts löschen. Ja. Aber er hofft, dass vielleicht er, mit dem, was er sagt, einen kleinen Einfluss auf einen kleinen Anteil der Leute hat, dem zuhören. Ja. Und das so zeitlich fand ich ein bisschen mies getimt in der Doku, aber an sich fand ich das sehr, sehr vernünftig von ihm. Das Ding ist tatsächlich, dass, ich möchte mal auf diesen Überwachungskapitalismus auf jeden Fall zurückkommen, weil das, wie gesagt, ich hab's immer noch nicht ausgeführt, was damit eigentlich ist. Gerne, ja. Ich wollte gerade darum bitten, dass du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausführst, weil du hast das Wort jetzt schon so oft benutzt. Genau. Überwachungskapitalismus bedeutet eigentlich einfach eine, eine Praktik, in der wir erst seit ungefähr, seit einem Jahrzehnt sind. Also im Prinzip seit Google in der Finanzkrise war, also in seiner eigenen Finanzkrise und dringend Geld verdienen musste. Mhm. Google verdient, ähm, oder hat ganz lange kein Geld damit verdient, dass, äh, ja, einfach gesagt wurde, ja, wir sind hier eine Suchmaschine, gib deine Daten oder deine Suchbegriffe ein, die du hast, und, ähm, dann geben wir dir das bestmögliche Ergebnis. Äh, Suba verschreibt in ihrem Buch das Zeitalter des Überwachungskapitalismus das so, dass Google irgendwann, wie gesagt, in einer finanziellen Notlage war, Geld verdienen musste und dann dieser Kipppunkt kam bei Google. Und Google dann dafür gesorgt hat, okay, wir haben eigentlich so einen immensen Datenüberschuss von den ganzen Nutzern, die hier irgendwelche Suchen eingeben, wie du das eben vorhin beschrieben hast. Wir wissen ganz genau, wie lang bist du auf welcher Seite geblieben, welche Links hast du angeklickt, wo ist dein Mauszeiger, äh, vielleicht ein bisschen länger drauf, aber das, das weiß Google alles, so. Und Google hat ganz lange das Geschäftsmodell betrieben, zu sagen, okay, wir verbessern die Produkte, ähm, mit den Daten, die du uns gibst. Das ist im Prinzip der Deal erst mal. Wir haben noch kein Geld verdient, so, dass man einfach sagt, wir nehmen die Daten, äh, die du uns gibst und machen daraus bessere Produkte, die einfach dir ein besseres Erlebnis im Internet bescheren, so, ne. Und das war erst mal so der Deal. Kann man auch sagen, ja, finde ich fair, ähm, ich kann mich irgendwie besser im Internet bewegen und, äh, Google nutzt dafür meine Daten. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Google Geld verdienen musste, haben sie das anders gemacht, dieses Geschäftsmodell und haben im Prinzip diese Datenabfälle, ähm, die eben entstehen, wenn man sich im Internet bewegt, dafür genutzt, dass sie ein möglichst genaues Profil, ähm, von einem erstellen und diese Daten im Prinzip so, so nutzen konnten, was, äh, Subauf auch in der Doku als, äh, Human Futures beschreibt, dass man, dass die Verhaltensweisen der Benutzer in Zukunft vorhersagen kann, dass man auf menschliches Verhalten wettet, sozusagen. Das ist die Idee. Okay. Und, ähm, dieses menschliche Verhalten wird eben weiterverkauft an, ähm, Werbeunternehmen, beispielsweise, keine Ahnung, da kommt dann, ich nehme jetzt, tut mir leid, Adidas, wenn ich euch da jetzt, äh, Böses tue und ihr das eventuell nicht macht, keine Ahnung, aber Adidas kommt zum Beispiel zu Google und sagt, wir haben die Idee für einen neuen Schuh und, äh, wir wollen eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen. So, und dann, äh, kaufen die die Daten bei Google ein, beziehungsweise kriegen von Google eine Beratung und sagen dann einfach, ja, ihr müsst das so und so machen und, äh, die und die User, die bleiben so und so lange auf den Seiten und wir wissen das ganz genau und wenn ihr das so und so lange macht, dann, äh, greifen die eben entsprechend zu eurem Produkt zu und ihr müsst hier nicht irgendwie eine milliardenschwere Marketingkampagne fahren und in, in jeder Stadt irgendwie 10.000 Plakate aufhängen und riesen Banner und das ist alles Mist. Die Leute bewegen sich im Internet, äh, die Zielgruppe, die ihr sucht und das sind genau die und die und die und die Leute. So, und Facebook hat das, hat dieses Modell quasi dann einfach übernommen und, ähm, arbeiten im Prinzip mit, mit diesen Daten einfach weiter. Das Problem ist aber nicht, dass man selbst das Produkt ist, sondern, ähm, wir als, ähm, Nutzer, sag ich jetzt halt mal, in Anführungszeichen jetzt bitte auch sehen, das Wort Nutzer, ähm, liefern die Rohstoffe für diese, für diese Systematik, indem wir eben unsere Daten abgeben. So, und, äh, Google beziehungsweise Facebook schöpfen diese Daten ab, können dadurch, ähm, eben entsprechend an Unternehmen die ganzen Werbekampagnen laufen, äh, dann machen daraus Gewinn, klicken wir auf diese Produkte wieder drauf, erzeugen wieder Daten und so ergibt sich im Prinzip dieser, dieser Kreislauf, den man dann in dem Fall Überwachungskapitalismus nennt, weil die, äh, Wissenshoheit komplett bei den Unternehmen, in dem Fall Google und Facebook liegen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut beschrieben, man konnte mir folgen, aber das beschreibt im Prinzip dieses System des Überwachungskapitalismus. Philipps Kopf ist, glaube ich, explodiert, der sagt nichts mehr. Nö, nö, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also wie gesagt, ich hoffe, das war erstmal so gut verständlich, wie ich das jetzt dargestellt habe. Und, genau, das ist im Prinzip das, das System, in, äh, in dem sich Google und Facebook jetzt halt bewegen. Und, wie gesagt, das ist mir in der Doku so ein bisschen zu kurz gekommen, aber, ähm, ich fand's in Kombination mit dem Buch von Suboff, in dem sie, also, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ich verlinke's auch auf jeden Fall unten, ist eine ganz große Empfehlung für Leute, die das, äh, vielleicht noch lesen wollen. Ähm, ich find's halt schon krass, welche, welches Ausmaß oder wie, wie dieses System an sich funktioniert. Ich hab natürlich so diese einzelnen Informationen, die immer mal wieder so rausgekommen sind, im Prinzip, dass Facebook jedes einzelne Bild, äh, genau weiß, wie lange hast du draufgeguckt, ähm, hast du das geliked, ja oder nein, ähm, dass sie genau wissen, okay, welche, für welche Partei sympathisierst du, für, ähm, ja, keine Ahnung, welche sexuelle Orientierung hast du, etc., pp., wie lange, ähm, bist du auf dem Facebook-Profil deiner Ex-Freundin unterwegs, so diese ganzen Informationen, die so in der Doku auch rübergekommen sind, das wusste ich alles, dass das passiert. So, das war jetzt für mich nichts Neues. Für mich war neu in der Doku, ähm, was das mit der Gesellschaft macht, so, oder wie krass wir selber uns in so eine Matrix begeben, auch was diesen Newsfeed angeht. Wollen wir darauf vielleicht mal kurz eingehen, was so Fake News und sowas angeht? Das fand ich auch unfassbar gut. Können wir gerne machen, ja. Also, ich fand's halt, ja, sag ruhig. Ich wollte gerade fragen, ob du anfangen möchtest, also alles gut. Nee, dann mach, dann mach du. Nee, leg los, ich hab nur... Nee, 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 nee. Ich möchte erst wissen, was du sagst. Interessiert mich. Also, ich fand's, ähm, ziemlich krass, dass sie halt eben gesagt haben, weil ich immer versucht habe, nachzuvollziehen, ich hab im näheren Umfeld auch jemanden, der, ich sag mal, anfällig für diese, für Verschwörungstheorien und sowas halt ist, und hab dann halt eben, ich hab immer versucht, irgendwie zu verstehen, ich so, warum ist, ist der in diesem Strudel so krass gefangen? So, ich hab dann auch, natürlich wusste ich irgendwie, ja, okay, du kriegst diese empfohlenen Videos und sowas, ich, ich wusste, dass das so ist, so, ne? Aber wo sie das dann halt auch auf diese gesellschaftliche Ebene gehoben haben und gesagt haben, ähm, es gibt im Prinzip in Amerika, ähm, mit der Gesellschaft haben sie es halt visualisiert, gibt es keine wirkliche Mitte mehr. Die Leute haben sich entweder nach links oder nach rechts einfach radikalisiert und dadurch, äh, ja, claschen einfach diese zwei Fronten irgendwann mal richtig krass aufeinander, was in der Doku ja dann auch zum Ende hin passiert, sozusagen, ne? Hat man ja auch nochmal mitgesehen. Ähm, und ich hab immer versucht, irgendwie nachzuvollziehen. Ich so, warum sind diese Leute so krass in ihrer Bubble drin? Ich so, du kriegst doch irgendwie von außen auch mal andere Informationen. Aber diese Tatsache, dass dem nicht so ist, die hab ich einfach wohl die ganze Zeit, in dem ich das versucht hab zu einer Sitzung, einfach völlig beiseite geschoben. Und hab einfach, ich so, ne, die erhalten auch einfach diese Informationen nicht. So, das, also, das wird halt klipp und klar gesagt, wenn du dich im Netz bewegst, äh, und ob das jetzt hier YouTube ist, also bei YouTube ist es ganz schlimm, ähm, oder ob das jetzt hier auch Facebook ist, die Seiten, die du likst, dementsprechend wird dein Newsfeed ja auch generiert. So, und dann, ähm, spielen die natürlich einfach Sachen ein, dass du immer mehr in diesem Strudel bist und dich möglichst lange auf dieser Plattform eben aufhältst. Und, ähm, das hat mir nochmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Augen geöffnet, aber nochmal so ein bisschen mehr Klarheit in diese ganze Thematik gegeben, warum Leute sich so krass in Verschwörungstheorien einfach verstricken. weil sie einfach in so einem Strudel gefangen sind, aus dem kommst du, glaube ich, wirklich nur raus. Entweder du löscht solche Social Media Sachen oder, ähm, likest irgendwie oder, keine Ahnung, guckst dir einfach mal Quellen an, die einfach komplett konträr sind, äh, zu dem, was du eigentlich denkst. Und ich glaube, diesen Schritt zu gehen, dass du Medien erst mal anguckst und auch akzeptierst, dass das eine, ähm, berechtigte Meinung sein kann, die komplett deiner widerspricht, das ist, glaube ich, unfassbar schwierig. Ja, stimme ich dir definitiv zu. Weil, ähm, ich meine, es wurde ja auch mehrfach erwähnt, dass, äh, Akzeptanz bei anderen zu finden, ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Das ist evolutionär bedingt. Dadurch, dass Menschen einfach quasi Rudeltiere sind, wie, keine Ahnung, Wölfe, Löwen und so weiter. Wir unterscheiden uns ja nicht großartig von anderen Säugetieren. Und, ähm, klar ist für uns wichtig, dass wir von anderen akzeptiert werden und eben auch Bestätigungen bekommen. Und, ähm, da musste ich dann so ein bisschen an den Stammtisch von meinem Opa denken, als es um diese Bubbles ging, weil, äh, das im Prinzip das gleiche Prinzip ist, ja. Wenn ich irgendwie einem der Stammtischfreunde von meinem Opa versucht hätte, eine andere politische Meinung zu eröffnen, als diese dort diskutiert haben, oder ich wäre im hohen Bogen da rausgeflogen. Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber das ist, ich rede unfassbar gerne mit Leuten einfach, die irgendwie, äh, vom Typ her interessant sind, wo ich einfach sag, ey, die haben was Interessantes erlebt oder sowas, was ich einfach in meinem Erfahrungsschatz nicht drin hab. Und, jetzt hab ich mich kurz verschluckt, sorry. Ich lass da natürlich auch Meinungen zu, wo ich einfach sag, okay, der erzählt jetzt einfach aus seinen Erfahrungswerten und hat einfach, ähm, keine Ahnung, von mir aus kannst du jetzt hier auch, äh, oh, jetzt oute ich mich, dass ich kein CDU-Wähler bin, ähm, die Ansicht von einem, von einem krass konservativen, äh, CDU-Lager haben oder CSU von mir aus, aber ich sag dann, okay, bis zu einem gewissen Punkt geh ich ja mit, so, wo ich dann einfach sag, das kann man, äh, aus der Perspektive und den und den Beweggründen, kann man das nun mal so sehen, das muss ich akzeptieren, dass das so ist, so, ja. Es ist vielleicht nicht meine Meinung, aber ich akzeptiere mein Gegenüber, so. Und ich glaube, so diese, diese Eigenschaft, ich akzeptiere mein Gegenüber und dessen Meinung, ähm, das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten, das habe ich, glaube ich, ultra unterschätzt, äh, ist das einfach nicht da, so, also in diesen, wenn du in diesen Extremlagern dich bewegst, so, weißt du, was ich meine? Ja, bin ich auch super krass, deine Meinung. Also, ich kenne ein paar Gegenbeispiele, aber das sind auch Leute, ähm, so sehr es mich auch in den Fingern juckt, denen für deren politische Einstellung eine zu verpassen, und ich respektiere sie doch dafür, dass ich mit denen über so Kram reden kann, ohne dass wir uns gegenseitig eine verpassen. Und, ähm, ich weiß das mittlerweile auch unglaublich zu schätzen, wenn ich mal mich mit so jemandem unterhalte, weil das ja, das wurde auch wieder in der Doku gesagt, deswegen, ich muss auch ein paar gute Sachen an dieser Doku lassen, ja. Ähm, so funktioniert nun mal Meinungsbildung, weil du kannst dir keine Meinung anhand, einfach nur deines eigenen Erlebens und Erfahrens bilden, wenn es darum geht, um kollektiv Entscheidungen zu treffen, wie es in der Politik der Fall ist. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehe ich auch so. Also, wie gesagt, das ist auch, ich, hörst du mich noch, Philipp? Ich bin mir da weg gewesen. Jetzt wieder, ja. Jetzt wieder, okay. Ich glaube, ich muss hier mal kurz die Tür aufmachen. Ich bin mal ganz kurz AFK, das WLAN-Signal kommt ja nicht gut durch. Mann, Deutschland und Internet, was soll das hier eigentlich, du? So, ich frage mich eigentlich, was haben wir hier für krasse Türen? Ich habe einfach nur die Tür zugemacht und offenbar, jetzt habe ich volles WLAN. Alter Falter, die Tür tut ganz schön blockiert. So, hörst du mich jetzt wieder gut, Philipp? Hallo, eins, zwei, drei? Ja, deutlich besser, ja. Gut, wunderbar. So, nee, was ich sagen wollte, ist, genau so ist es halt. Also, ich bin ja auch, wie gesagt, habe viel Kritik an der aktuellen Regierung und sage, ja, das müsste besser laufen und jenes müsste besser laufen. Aber trotzdem akzeptiere ich halt, ja, die sind nun mal demokratisch gewählt und dem muss ich mich jetzt halt natürlich auch unterordnen. So ist ja alles, wie du auch sagst, so passiert das nun mal. Und wenn ich was dagegen habe, muss ich meine Stimme eben laut machen und sagen, hier, hört mal, da habe ich was dagegen und da habe ich was dagegen. Und, ja, mich irgendwie in diesen Diskurs mit einbringen, wenn ich möchte, dass es in diese Richtung geht, wo ich sage, das halte ich aber für richtig. So, ne, und einfach nur da sitzen und Däumchen drehen, bringt halt recht wenig, so, ne. Aber ich fand das auf jeden Fall auch, was auch ein Aspekt da war, dass gesagt worden ist, klar, wir sind darauf angewiesen, dass wir von anderen akzeptiert werden, das hast du ja auch schon gesagt. Aber dieser Punkt, den sie dann noch dazu gesagt haben, wir sind nicht darauf eingestellt, dass wir die Meinung von Zehntausenden oder sogar Millionen von Leuten, wenn die auf uns einprasselt, was ist denn dann? So, da ist einfach unser soziales Gefüge irgendwie nicht für ausgelegt. So ist das ja so ein bisschen beschrieben worden. Genau, ja. Was hast du denn von der Aussage gehalten? Also ich hab dann gesagt, ich so, ja, kann schon was dran sein. So, wo du dann einfach sagst, wenn du bei der jüngeren Tochter, hat man das ja ganz gut gesehen, dass hier, wo dann die ersten Kommentare, also sie hat so, keine Ahnung, was war das, Snapchat, Instagram-Bild oder sowas gemacht. Und das dann gepostet mit diesen, wo dann irgendwie der dritte, vierte Kommentar war, ja, hier, deine Ohren sind zu groß, lustig, bla, bla, bla. Und sie dann so das direkt als Angriff genommen hat und sich dann nur auf diese, auf diesen negativen Kommentar konzentriert hat, während sie die sechs, sieben positiven Kommentare über dieses Foto komplett ignoriert hat, dann danach, ne? So, es geht ihr ja nur um diese Bestätigung, dass im Prinzip im Gehirn diese Glückshormone ausgeschüttet werden. Ja, ich bin so toll, wie ich denke, so nach dem Motto. Und dann eben ein schlechter Kommentar kommt oder der das irgendwie, am Ende hat er das nur lustig gemeint oder so. Es ist halt immer nur diese, wie soll ich das erklären? Du schreibst ja nur dieser Person. Du sitzt ja nicht gegenüber. Sie sieht ja nicht die Emotionen oder mit der Stimmlage, mit der das passiert. Das spielt ja auch nochmal unfassbar viel rein. Das ist jetzt aber, geht es so sehr in diesen Kommunikations, in diese Kommunikationsrichtung, glaube ich. Aber wo ich halt auch sagte, ich so, ja, sie, als Mensch konzentrierst du dich dann halt, glaube ich, schon öfter auf diese Sachen, die dich irgendwie angreifen, als die, die dich bestätigen, oder? Besonders, wenn das in so einer Fülle passiert. Ja, sehe ich auch so. Und ich komme jetzt wieder darauf zurück, weil ich Evolution als Erklärung für alles unglaublich geil finde. Das kann man jetzt anders sehen, aber ich liebe das. Gerade nochmal in Bezug auf dieses, wir brauchen keine Bestätigung von Zehntausenden oder mehr. Wir sind ja quasi genetisch darauf programmiert, mit anderen zusammenzuleben. Aber logischerweise, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie groß ein jungsteinzeitliches Dorf war oder wie groß die Gruppenverbände von Homo erectus oder sowas waren. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nicht Zehntausende. Und ich stelle mir einfach vor, dass in so einer Gruppe von, keine Ahnung, wie groß ist eine Schimpansengruppe oder eine andere Affengruppe, die man damit vergleichen könnte. Keine Ahnung, 20, 30 würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ich würde auch sagen, so zwischen 10 und 30 Stück. Und wenn du dann da richtig Beef mit einem hast, ist das natürlich eine viel größere Bedrohung für dich, rein sozial, als wenn jetzt einer von 10.000 was Schlechtes sagt. Und ich denke, dass wir deswegen viel empfindlicher auf diese negativen Dinge reagieren, als wir in dem Umfeld eigentlich sollten. Weil mal ganz ehrlich, kannst du dir Augen zu machen und dir 10.000 Leute vorstellen? Mal eben? Ja, mal eben nicht. Also wenn ich eine VR-Brille aufsetze, dann vielleicht. Ja, aber das sind einfach Menschenmengen. Die sind für unseren Verstand ja gar nicht mehr greifbar. Erstmal nicht greifbar. Du kannst dir jederzeit, das ist aber auch so aufgrund unseres Erfahrungsschatzes. Also du kannst dir halt, wenn ich jetzt sage, ich stelle dir einen Klassenraum vor mit 20 Leuten, das schnallt sofort. Du hast einfach sofort irgendwie einen Leistungskurs, mit dem du ganz lange zusammen warst oder sowas, oder aus deiner Schulzeit. Irgendwelche Erfahrungswerte sofort im Kopf einfach. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, einfach bei dieser Vorstellung, okay, du hast jetzt 20.000 Follower auf YouTube, wo auch immer, Facebook etc. pp. Und dann sagt er, stell dir einfach mal einen Raum vor mit 10.000 Leuten. Du sagst ja, ja, wer von uns stand denn schon mal irgendwie im Stadion und hat so eine Hütte gefüllt? So, ne? Ja. Auch wenn es so für zwei Minuten ist, na. Ich glaube auch ab, keine Ahnung, 1.000 Leuten, also bei mir würde ich jetzt sagen, so ab 500 macht es für mich eh keinen Unterschied mehr. Ob da jetzt 500 oder 500.000 sind, es ist für mich einfach nur noch eine Riesenmeute Leute. Ja? Also ich persönlich könnte da rein gedanklich gar keinen großen Unterschied mehr machen. Klar merkst du dann auch gar nicht mehr dieses Verhältnis zwischen Leuten, die sich das angeguckt haben, Leute, die es mögen und Leute, die es nicht mögen. Ja? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hin? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, du wolltest was mit Evolution begründen. Anderes Beispiel, das mir gerade einfällt. Ich hatte in der Berufsschule einen ganz interessanten Klassenkameraden. Der war so politisch nochmal ganz, 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 ganz andere Ebene. Und der hat immer gesagt, der hielt ein Regierungsmodell für optimal, wo sich Leute in Gruppen von 100 bis 120 Leuten selbst verwalten. Kann man jetzt überdenken, was man möchte, aber da war nämlich auch die Argumentation, dass man mehr als 100 Leute eigentlich gar nicht mehr richtig kennen kann. Klar, du kennst vielleicht den Namen, du kennst ihn vom Sehen oder so, aber mehr als 100 Leute hat er immer gesagt, ich kann das jetzt auch nicht bestätigen oder widerlegen, kennst du einfach nicht mehr richtig. Und dass richtige gemeinschaftliche Entscheidungen bei über 100 Leuten, das funktioniert nicht mehr richtig, weil du immer irgendwelche Parteien hast, die sich aufsplitten oder sowas. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte. Und zwar, als sie dann in der Doku auch immer wieder drauf kamen, wir sind ein Land, wir müssen an einem Strang ziehen und eine Meinung vertreten. Das fand ich dann ein bisschen problematisch, eben genau wegen diesem Faktor. Du kriegst nicht, keine Ahnung, allein wir Deutschen sind schon über 80 Millionen und überleg dann mal, wie viele Amerikaner von dieser Doku, von wie vielen Amerikanern in dieser Doku die Rede war. Du kriegst nicht so viele Millionen Leute auf einer Seite politisch zu stehen. Nee, 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 nee. Ich glaube, da ging es aber, glaube ich, auch gar nicht in der Doku darum. Ich fand, es klang halt oft so. Klar, ich denke auch nicht, dass die der Meinung sind, dass die plötzlich alle Friede, Freude, Eierkuchen dieselbe Meinung haben. Aber ich fand, es klang deutlich zu oft danach, als wären diese Reibereien zwischen rechts und links was Negatives. Und ich finde, wie sie ausgeführt werden, sind negativ. Aber dass sie da sind, daran sehe ich an sich gar kein Problem, sondern eher was Gesundes. Okay, aber ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, da hast du was falsch verstanden. Ich habe es so verstanden, dass sie einfach gesagt haben, die Problematik liegt daran, dass es diese gesellschaftliche Mitte einfach nicht mehr gibt oder sich sehr verringert hat und eben die Gesellschaft an dieser extremen Ränder bewegt hat. Und wenn du zwei extreme Positionen, die dann aufeinanderprallen und sich überhaupt nichts in irgendwas mehr einig sind, darum ging es ja dann auch, dass man gesagt hat, wenn wir uns nicht mal auf einen gewissen Rahmen der Wahrheit irgendwie einigen können, Wahrheit ist ja auch immer sehr variabel, wo du dann einfach sagen kannst, okay, du nimmst das für voll, ich nehme das für voll, aber an dem und dem Punkt sind wir uns doch irgendwie einig oder finden hier einen Konsens. Und das ist ja auch das Prinzip der Demokratie, dass du einen Konsens findest und dann sagst, okay, und danach wird jetzt gehandelt. Und da finde ich, ist, glaube ich, die Problematik eher gewesen, dass man gesagt hat, die Ränder sind einfach zu radikal geworden. Ich meine, man sieht es jetzt auch in der, ich weiß nicht, hast du die Debatte gesehen mit Donald Trump und Joe Biden? Die erste? Nur ganz, ganz flüchtig, ein paar Sachen mitbekommen. Also, genau, also will ich jetzt auch gar nicht groß vertieft darauf eingehen. Das Ding war halt einfach, Donald Trump, ja, wie er halt ist, hat seine ganzen Sachen rausgehauen und Joe Biden lässt dann halt einfach so einen Satz los und sagt, ja, die demokratische Partei bin ich. Da denke ich mir, Alter. Das nimmt ja hier schon ganz komische Züge gerade an, was hier gerade beschrieben wird. Und das, da merkst du halt einfach so, okay, wo läuft das denn hier irgendwie gerade hin? Und das ist halt, glaube ich, das, was halt gemeint ist, wo man halt irgendwie sagt, okay, da treffen irgendwie zwei Welten aufeinander, die nicht mal im Entferntesten irgendwie eine Schnittmenge noch miteinander haben und sich auf irgendwas, glaube ich, einigen können, sondern das heißt wirklich einfach nur noch Konfrontation. Konfrontation, so rum. Und da, ja, wie gesagt, hat ja der eine da in der Doku auch gesagt, wo ich, das habe ich schon ein paar Mal gehört, ich bin aber immer so ein bisschen an dieser Schwelle, wo ich sage, nehme ich das jetzt für voll, ja oder nein, wo gesagt worden ist, was ist ihre größte Sorge? Und er so kurz überlegt und sagte, ja kurzfristig Bürgerkrieg, also so einfach direkt raus, so ne, ja kurzfristig sehe ich hier Bürgerkrieg, so und wo ich das letzte Mal in Amerika war, das war, wir haben jetzt 2020, 2018 war ich das letzte Mal in Amerika, in Kalifornien, war dort das ein oder andere Mal auch mit Uber unterwegs und man unterhält sich natürlich auch mit den Leuten. Kalifornien, muss man natürlich auch wissen, ist sehr demokratisch orientiert, ist Küste, klar, an den Regionen habe ich mich auch hauptsächlich bewegt und mir ist natürlich bewusst, dass jemand, der in Kalifornien lebt, ganz anders tickt, als jemand, der mitten in der USA lebt. Die Leute leben ja auf dem Land, hier geht es hauptsächlich erstmal landwirtschaftmäßig ab und die ticken natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders. Aber was ich sagen wollte ist, die Leute, diese Überfahrer, das habe ich halt nicht nur einmal gehört, die dann halt auch diese Sorge einfach haben, ja, unsere Gesellschaft hier zerbricht und das ist ein Problem und ihr in Deutschland, ihr habt gesetzliche Krankenversicherungen und so weiter und so fort, was die halt in Amerika gar nicht haben und das sind halt alles so Zerwürfnisse, wo ich einfach sage, okay, das trifft, also trifft jetzt alles irgendwie aufeinander und da ist Social Media, meiner Meinung nach, einfach nur so ein verstärkender Faktor, der dich halt noch mehr in deine Meinung nochmal mehr drängt, nochmal extremer macht vielleicht und ja, dich halt einfach in so einem gewissen Hamsterrad halt auch gefangen hält und da fand ich halt das schon, ja, wo ich sagte, okay, ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal, dass hier ein Amerikaner sagt, ich habe hier einfach Schiss vor Bürgerkrieg und von daher, keine Ahnung, was sich da bei den Amerikanern da gerade zusammenraut, muss ich wirklich sagen, also ich von meiner Sparte aus kann es überhaupt nicht mehr einschätzen, so ob das jetzt, knallt das jetzt im nächsten Monat, ja oder nein, für mich ist jetzt so ein bisschen dieser Peakpunkt, was passiert bei den Wahlen, so, wo ich sage, da sehe ich ein hohes Gefahrenpotenzial drin, dass da wirklich extreme Aufstände nochmal aufkochen können, aber ansonsten hast du ja jetzt hier auch Black Lives Matters und so weiter und so fort, dass sie da diese ganzen gesellschaftlichen Unruhen, die irgendwie da unter, die ganze Zeit irgendwie unter dem Deckel gebrodelt haben, das kocht jetzt irgendwie alles auf und irgendwie gibt es da jetzt, kann es sein, dass sich das jetzt nochmal in dieser, in dieser Wahl nochmal irgendwie alles kanalisiert und dass es da nochmal knallt, aber keine Ahnung, das kann auch gar nichts passieren und das zieht sich noch zwei, drei Jahre, ich weiß es nicht so, aber wo ich so sagte, okay, das hat mich erstmal so ein bisschen, ja bewegt, will ich jetzt nicht sagen, aber mich so stark zum Nachdenken nochmal angeregt, wo ich sagte, okay, was löst das denn eigentlich aus, im Endeffekt, so dieses System, was sie da beschrieben haben. Ja, ja und nein, also ich verstehe definitiv, wenn du sagst, dass das nochmal einen verstärkenden Faktor haben kann, aber ich frage mich eben auf der anderen Seite auch, ob ein Stammtisch dann nicht schon allein den gleichen verstärkenden Faktor hatte, der einzige Unterschied ist halt, dass du viel großflächiger, also du hast ja nicht immer nur einen Stammtisch, wo fünf bis zehn Leute dran hocken, sondern du hast ja plötzlich Stammtische mit hundert bis tausenden Leuten. Ich würde gerade sagen, genau, der große Unterschied ist einfach die Reichweite. Richtig und da frage ich mich, ob das nicht vielleicht sogar einfach eine Sache der falschen Nutzung ist, weil es gibt halt auch Leute wie mich zum Beispiel, ich nutze halt auch diese Reichweite, um mir mal die andere Seite anzugucken und deswegen gerade mein Stammtischvergleich, du kannst dich logischerweise auch einfach mal an einen anderen Stammtisch mit dran setzen, ja, du kannst in Facebook auch mal in andere Gruppen reingehen, wenn du die suchst, findest du die auch, ja, du kriegst die halt nur nicht vorgeschlagen und da weiß ich halt nicht, inwieweit man das Facebook anrechnen darf oder inwieweit man da jetzt irgendwie die User für rügen muss, dass die sich halt in ihren kleinen Gruppen da verkriechen und nicht rauskommen. Das finde ich immer extrem schwierig und da verstehe, also, und da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn es dann heißt, ja, wir müssen langsam diese Firmen zur Rechenschaft ziehen, dass die sich hier politisch so einmischen, weil ich dann doch einen großen Teil der Verantwortung auch beim Enduser sehe, weil, wie gesagt, du hast mit diesen Plattformen auch die Möglichkeit, dich über andere Seiten der Medaille zu informieren. Gerade wenn ich dann so Sachen sehe, wie dieses Black Lives Matter oder so, wo dann ja auch dieses eine Video rumging, wo eine Frau nicht mitmachen wollte und dann von dem Mob belästigt worden ist bis hin zur Unerträglichkeit, wo, ich weiß nicht, dass sowas viel zu nah an mich ran, aber auch mein Puls schon wieder auf 180 gegangen ist und ich hier stand wie Rumpelstiel ziehen, was der Scheiß denn soll, ja, und ich denke tatsächlich, dass Social Media den Leuten nur hilft, sich da gegenseitig abzusprechen und sich gegenseitig zu finden und dass das Problem aber eigentlich ein anderes ist. Aber ich, da muss ich jetzt kurz reingrätschen, ich sehe es überhaupt nicht so, dass, dass die Verantwortung nur beim Einzelnen liegt. So, also ich bin schon der Meinung, dass es politische Maßnahmen geben muss oder gesellschaftliche Maßnahmen, je nachdem, also erstmal ein Gegengewicht, dass du sagst, okay, diese Geschäftspraktiken, die da einfach vonstatten gehen, weil es ja einfach wirklich nur darum geht, okay, wir verdienen mehr Geld davon, wenn wir Falschmeldungen verbreiten, als wenn wir richtige Meldungen verbreiten. Das ist ja auch so einer der Punkte gewesen. So, dass du allein sowas oder was dann dieser, wie hieß er denn gleich, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, der Tristan, sag mal, Harris, Tristan Harris, genau, der im Prinzip so dieser Protagonist so ein bisschen dieser Doku ist, von den Experten zumindest, was er nur vor dem Kongress, glaube ich, saß und dann von verschiedenen Abgeordneten gefragt worden ist, ja, müssen wir jetzt hier irgendwie Angst davor haben und so weiter und so fort und er das halt auch ganz klar beschrieben hat, ja, wenn Social Media dafür ist, dass Demokratie erhalten bleibt, dann muss Social Media auch dafür sorgen, dass das geschützt wird, so, also die Plattform an sich muss, das ist ja keine, keine neutrale Einheit, so, die, oder auch diese Thematik mit den Algorithmen, da müsste ich mich auch nochmal ein bisschen rein vertiefen, habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben, was du davon hältst von dem Statement, das im Prinzip klar gesagt worden ist von dieser, ähm, eine Dame da mit den blauen Haaren, sie sagte, Algorithmen sind nicht objektiv, das ist eine programmierte Meinung im Prinzip, ne, die da stattfindet oder ein gewisses Verfahren, was eine gewisse Meinung vertritt oder in eine gewisse Richtung lenkt, ist einfach automatisiert worden und da reingesetzt worden in dieses System und wo ich halt sagen muss, okay, ich sehe das schon so wie Tristan Harris, dass man einfach gewissen Social Media Plattformen einfach sagen muss, okay, wenn ihr für Demokratie seid, müsst ihr euch dafür einsetzen, dass dieses Prinzip geschützt wird, so, oder, keine Ahnung, wenn ihr Minderjährige schützen wollt, ob das jetzt hier Kinderpornografie und so weiter halt angeht, die müssen sich aktiv dafür einsetzen auf ihrer Plattform, dass das nicht stattfindet, so, also was, dass es halt einfach unter gewissen Regeln stattfinden muss, die eben im demokratischen Konsens sind und das passiert meiner Meinung nach, besonders bei Facebook, überhaupt nicht, so, also die, ist ja mit, mit Russland dann, gut, da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, aber du kannst einfach als, als Regierung Facebook für deine Zwecke missbrauchen, punktfällig aus, so, das ist auf jeden Fall so, ob das jetzt Russland macht oder ob das Amerika macht, das ist mir, ist mir völlig egal, welche Regierung das macht, ähm, solange es für irgendwelche Zwecke missbraucht wird, muss Facebook als Plattform einfach eingreifen, so, wenn man das jetzt als Paradebeispiel halt mal nimmt, ne, so, die hatten ja dann ja auch von, jetzt habe ich das Land wieder vergessen, ich habe es vorhin noch geguckt, äh, ich habe es auch schon wieder vergessen, ja, aber gucken wir, das ist doch scheiße eigentlich, so, also das war mit eine der Sachen, wo ich sage, das hat mich am meisten getriggert, so, wo einfach gesagt wird, ja, der Volksaufstand und da sind 13, ich glaube 13 Millionen Muslime aus dem Land gejagt worden oder so, das ist halt, wo ich, also alter Falter, das ist halt, also größtenteils durch die Plattform von Facebook einfach zugelassen worden, aber ja, damit haben wir halt Geld verdient und Ende Gelände und da habe ich mir halt auch so gedacht, ich so, ja, okay, das, das ist jetzt halt echt so ein Punkt, wo ich gesagt, nein, das ist absolut die Grenze und das, das geht einfach nicht, das muss eingedämmt werden, so, weißt du, und das ist nicht in der Verantwortung des Einzelnen, du kannst halt in unserer Gesellschaft, wo ich sagen würde, okay, durch Aufklärung können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen oder einfach sagst, okay, wir klären junge Menschen beziehungsweise auch Eltern so ein bisschen, klären wir einfach darüber auf, dass man sagt, okay, wie funktioniert Social Media, was ist deren Zweck, was soll man posten, was soll man nicht posten, halt so, dass über diese Aufklärungsschiene halt macht, so, aber wie der eine Investor in der Doku ja auch sagt, ja, was machen sie denn, wenn dieses Werkzeug oder diese Plattform in den Händen von Diktatoren oder von Despoten halt ist, was machst du denn dann, so, weil es ist ja kein, kein lokales Problem, sondern globales, so und wir sind nun mal in, auf dem Erdball gibt es halt nicht nur Demokratien. Ja, vielleicht erst mal, weil du es eben so aufgefasst hast, für den Fall, dass ich gesagt habe, dass es nur beim Endnutzer liegt, Korrektur, ich meinte viel beim Endnutzer, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das gesagt habe, jedenfalls, ich habe so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich da als Entwickler vielleicht ein bisschen zu naiv bin, weil ich sehe das Problem mit diesen Blasen und wie die ausgenutzt werden können, ich denke mir halt auf der anderen Seite aber auch, es ist ein Kinkerlitzchen, wenn diese ganzen Sachen, die die Blase erschaffen, schon bestehen, an Algorithmen und so weiter, eben dann einfach so eine Funktion einzubauen, wie, keine Ahnung, ein Kasten, wo drüber steht mal was anderes und dann kriegst du fünf Gruppen oder Seiten angezeigt, mit denen du bisher noch gar keine Berührungspunkte hattest. Aber das bringt ja die Doku auch so rüber, das fand ich ja auch in den letzten zwölf Minuten, wie du es ja schön beschrieben hast, wird es ja im Prinzip vorgeschlagen, dass man einfach sagt, ja, baut doch euren Algorithmus irgendwie mal so, dass man aus dieser Bubble ausbricht, sozusagen, Richtig. Es geht, wo ich halt auch sage, also bin ich voll dafür, bin ich sofort d'accord, wenn du sagen würdest, okay, Facebook schlägt dir irgendwie vor, das denkt übrigens die Gegenseite oder irgendwie sowas, weißt du, dass du halt in diesen wirklichen Diskurs halt kommst und nicht die ganze Zeit in deiner Bubble gefangen bist oder keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie auf, da ist ja wirklich personalisierte Werbung, ist ja ja noch das geringste Problem, muss man ja wirklich sagen, das ging ja dann wirklich auf diese gesellschaftliche Ebene. Ich finde es ja, in einigen Punkten, muss ich ja sagen, finde ich personalisierte Werbung ja auch überhaupt nicht verkehrt, weil ich dann einfach nach Produkten suche und personalisierte Werbung mir Sachen vorstelle, wo ich sage, ey, da habe ich ganz lange nachgesucht, ich wusste gar nicht, dass es das in der und der Form auch gibt, so, weißt du? Genau, ja, das haben wir dann in diesen letzten paar Minuten ja auch gesagt, als das alles entwickelt wurde, war da gar kein böser Hintergedanke dabei. Ich kaufe das auch, also da bin ich auch sofort d'accord, ich kaufe das auch, Facebook vielleicht ein bisschen weniger, aber Google kaufe ich es ab, dass die mit ihren Geschäftspraktiken überhaupt nichts Böses im Sinn hatten. So, Max Zuckerberg, den finde ich halt persönlich, das ist halt einfach ein Arschloch für mich, Punkt, fertig, aus, so, also ich mag ihn von der Persönlichkeit überhaupt nicht und auch seine, seinen Gedanken, die er nach außen trägt, dass er, er sagt ja klipp und klar, er will keine Geheimnisse mehr in der Welt haben, so, und da denke ich mir, Alter, also, unter dem Strich heißt es einfach, es gibt keine Privatsphäre mehr, so, ne, und da habe ich einfach vehement was dagegen und trotzdem windet er sich wie eine Schlange, wenn er mal was auspacken soll. Ja, genau, das finde ich auch sehr subjekt an ihm, ja. Genau, genau, das ist das, hast du auf Netflix How to Sell Drugs Online Fast die zweite Staffel geguckt? Ich habe nicht mal die erste gesehen. Also, da kann ich dir empfehlen, guck dir die an, die ist ziemlich gut, so. Okay. Da geht es halt auch so immer so ein bisschen so subtil um diese, um diese ganzen Aspekte, die wir jetzt auch gerade so ein bisschen angesprochen haben, also, ich kann mir vorstellen, dir gefällt es ganz gut, aber guck mal rein und sag mir, ob dir das gefallen hat oder nicht. Da gibt es jedenfalls so eine kurze Szene, ähm, da geht es auch kurz um Mark Zuckerberg und da wird eben auch gesagt, ja, selbst Mark Zuckerberg klebt seine Kamera beim Laptop ab, so, und da, so, so, weißt du, das sind halt, und da gibt es halt so ein Beweisfoto, wo halt wirklich drauf, und dann siehst du halt, bam, hier und Kamera zugeklebt im Hintergrund, so, ne, und das, das sind halt alles so, so Faktoren, wo ich einfach sag, äh, ja, Google hat sich einfach in diese Richtung entwickelt, Facebook war meiner Meinung nach von Anfang an so, so, wusste ich einfach viel zu spät, weil ich habe keine Ahnung, wie lange nutzen wir jetzt Facebook, ich glaube, wir haben relativ gleich angefangen, mit so 14, 15 oder so, haben wir schon angefangen, Facebook zu nutzen, glaube ich, ne. Ich wollte gerade sagen, also, ich habe letztens gerade, du bist jetzt neun Jahre mit dem und dem befreundet, definitiv mindestens neun Jahre. Ja, und von daher ist es halt schon so ein Faktor, äh, wo ich sagen würde, okay, damals haben wir uns darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, da hat mich, äh, also, ja, muss man auch einfach sagen, war mal einfach auch zu blauäugig so, ich habe mich mit dem Thema einmal null auseinandergesetzt, vor neun Jahren, und, ähm, von daher ist es halt, bei Google, wie gesagt, sehe ich es halt schon so, die sind ein bisschen vorgelagert, die haben sich auch früher gegründet, und so weiter und so fort, dass Google wirklich am Anfang die Vision hatte zu sagen, wir wollen einfach dafür sorgen, dass, Leute ein gutes Erlebnis im Internet hier, äh, haben, diese, dieses Motto, don't be evil, so, ist ja auch gekippt worden, und seit diese Kapitalisierung von Google stattgefunden hat, dass sie gesagt, so, ihr müsst jetzt Geld verdienen, auf Druck von den Investoren auch, ähm, dass Google dann gekippt worden ist und gesagt haben, okay, jetzt, jetzt geht es hier rein ums Geld verdienen, und jetzt, äh, machen wir mit diesen Datenabgasen, die jetzt hier stattfinden, einfach richtig Asche. So, das machen sie ja auch. Sie haben in unfassbar kurzer Zeit, das ist ja auch in der Doku, ähm, gut rübergekommen, oder kurz erwähnt worden, es ist halt so, wie gesagt, diese, ähm, bei mir so ein bisschen dieser Schwerpunkt auf das Buch von Suboff, ähm, dass diese Kapitalisierung von den Digitalunternehmen in so einer unfassbar kurzen Zeit dafür gesorgt hat, dass das die wertvollsten Unternehmen der Welt sind, so, weißt du, also das ist jetzt innerhalb von einer Dekade passiert, so, und nicht irgendwie in, ja, die haben jetzt, die Google gibt es seit 200 Jahren, die haben sich das jetzt so aufgebaut und so, das ist ja einfach nicht so, ne, Google gibt es, gibt es ja nicht so, aber Facebook auch noch nicht so lange, das sind aber trotzdem ultra krass hochbewertete Unternehmen, und, ähm, einfach, weil man auf deren Geschäftsmodell, äh, was Kapitalisierung halt eben an, ähm, angeht, setzt und auf diese Human Futures einfach, äh, einfach wettet, und, äh, das nimmt halt, also das, das hat halt unfassbare Ausmaße angenommen. Da können wir jetzt auch einen Riesenfass aufmachen, was, ähm, Ungleichheit, äh, in der Welt angeht, wo du einfach sagst, okay, also da, warum haben wir, konzentriert sich dieses Kapital einfach so stark im Silicon Valley, äh, ja, weil einfach die Geschäftspraktiken dort so stattfinden, und man muss aber auch so ein bisschen differenzieren, das soll jetzt auch nicht heißen, dass jedes Unternehmen, was irgendwie digital agiert, ähm, das sagt Suboff übrigens in ihrem Buch auch ganz ausdrücklich, ähm, gleich Überwachungskapitalisten, also dass es gleich Überwachungskapitalisten sind. Sie nimmt beispielsweise Amazon und Apple so ein bisschen in Schutz, sie sagt nicht, dass das alles richtig ist, was sie machen, aber, äh, das findet im, im Rahmen vom, äh, ja, vom normalen Kapitalismus, vom Marktkapitalismus, so wie wir ihn kennen, statt, so, das hat aber mit Überwachungskapitalismus nichts zu tun. Beispielsweise ist der riesengroße Unterschied bei Amazon und bei Apple, dass sie tatsächlich Produkte verkaufen, so, oder, oder Microsoft zum Beispiel auch, ne, so, und, ähm, aber Amazon und, äh, Microsoft sich schon eher mehr in diese Richtung, okay, wir fangen an, mehr Praktiken in Richtung Überwachungskapitalismus, äh, zu etablieren und damit nochmal Geld zu verdienen und Apple noch vor dieser Entscheidung steht, aber so langsam, aber sicher ins Wanken gerät, so, wo man einfach sagt, okay, ähm, welchen, welchen Weg schlägt jetzt Apple ein, sozusagen, ne, und das ist halt immer noch so, wo man sagt, okay, ähm, nicht gleich irgendwie einen Holzhammer nehmen und auf alle Unternehmen gleichzeitig schlagen, so ist es nicht, ähm, sondern man muss schon noch ein bisschen unterscheiden, wie wird tatsächlich diese, diese praktisch, äh, also die praktische Umsetzung, äh, wie, wie sieht die tatsächlich in jedem Unternehmen nochmal aus? Man kann ja zum Beispiel auch bei, ähm, Apple so ein bisschen als Argument anführen, dass sie ja, äh, für Apple gut, auf jeden Fall so ein bisschen diese Fahne des Datenschutzes auch hochhalten und, ähm, es aber in Apple selbst intern einen unfassbar riesigen Kampf gibt, ähm, diesen, also, dass, dass Apple weiterhin für Datenschutz sich so groß, äh, sich so groß macht, so, ne, also es gibt halt Leute bei Apple, so eine Strömung, sag ich jetzt halt mal, die das halt einfach komplett anders sehen und einfach sagen, nein, wir müssen in diese überwachungskapitalistische Richtung, wir müssen mit den Daten, die wir über die Nutzer sammeln, Geld verdienen und die anderen, äh, sagen halt, nein, das ist genau das, was uns so erfolgreich macht und uns zum wertvollsten Unternehmen, Unternehmen der Welt macht, ist, dass wir so viel Wert auf Datenschutz legen, die Leute unsere Produkte kaufen, weil sie, ähm, der Überzeugung sind, äh, die Daten bleiben auf den Geräten, so, damit wirbt ja Apple, so, und, ähm, korrigiere mich, wenn ich da was nicht mitgekriegt haben soll, aber irgendein Hacker hätte sich ja mal, äh, drangemacht und gesagt, äh, Leute, es stimmt übrigens nicht, so, ne, wäre ja ein riesen Shitstorm gewesen oder gesagt, ja, hier, das, das Versprechen hält Apple nicht ein oder sowas, hab ich jetzt nichts mitgekriegt, so, ich weiß nicht, ob da, ob da was gekommen ist, wenn ja, ähm, und jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen das irgendwie mal mitgekriegt haben sollte, schickt's bitte zu, ähm, ich lese das natürlich auch gerne, aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, es gab mal was mit der Apple Cloud, aber ich hab das nicht mehr genau genug im Kopf, um da jetzt irgendeine relevante Aussage zu treffen, aber, ja, also, dass es irgendwie mal Lacks gab oder so, wo man sagt, okay, hier ist irgendwie, äh, ein Loch passiert, aber ich, ich rede jetzt so von dieser generellen Grundausrichtung, dass sie einfach sagen, okay, wir, äh, wir sammeln einfach eure Daten, ich meine gut, äh, Facebook und Google verschleiern das natürlich auch entsprechend, aber, ähm, Apple macht sich ja wirklich ganz bewusst, jede Keynote wird's irgendwie immer erwähnt, dass es, also, das Thema Datenschutz nimmt da trotzdem immer irgendwie fünf Minuten ein oder sowas, wo die komplett nur über Datenschutz reden, so, und von daher ist es, äh, Apple schreibt sich das natürlich schon entsprechend nochmal auf die Fahnen, aber, äh, worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte ist, Apple-Produkte sind ja jetzt erfahrungsgemäß nicht gerade die günstigsten und man muss im Prinzip, wenn man jetzt gesetzt den Fall, Apple hält sich an diese ganzen Vorgaben, die sie auch nach außen tragen und sagen, ja, äh, die Daten, die auf dem iPhone passieren, die bleiben auch auf dem iPhone, wir nutzen die nicht, wir verkaufen die nicht weiter am Dritte etc. pp., sondern nutzen das wirklich so, wie das Google vorher vorhatte, dass man sagt, okay, wir anonymisieren diese Daten und nutzen sie einfach dafür, um unsere Produkte besser zu machen, so, ne? die sie ja tatsächlich auch verkaufen, so, ähm, gesetzt den Fall, die machen das alles so, ist es immer noch der richtige Ansatz zu sagen, okay, wenn du Datenschutz willst, musst du dafür bezahlen, so, also das, so rein von der, von der Grundeinstellung, wo ich einfach sage, ich so, eigentlich müsste das überall Standard sein, so, weißt du, was ich meine? Ich sehe es eher andersrum, weil, ähm, Google, Facebook und so weiter, stellen ihre Dienste ja kostenlos zur Verfügung und, äh, ich sehe es eher so, gerade vielleicht auch aus dem Entwickleraspekt, du verdienst ansonsten ja nichts mit diesen Sachen, ja, und irgendwie musst du das Geld ja reinkriegen und du kannst als Nutzer letzten Endes nicht erwarten, dass du irgendeinen Service, scheißegal, wie der aussieht, dass du den bekommst, ohne, in irgendeiner Art und Weise, was dafür herzugeben, ja, und ich sehe das weniger als für Datenschutz bezahlen, sondern vielmehr ein, äh, ich meine, es ist wie alles im Leben, du kriegst nichts geschenkt und das nimmt halt leider auch so Sachen wie Facebook, Instagram, WhatsApp, Google und so weiter, äh, irgendwie müssen, wie du gesagt hast, ja, ich gehe auch fest davon aus, dass Google am Anfang, ich bin auch immer noch ein großer Google-Fan, auch wenn ich mich damit jetzt vielleicht oute, wäre für mich ein Traumjob, da irgendwann mal zu arbeiten. Ja, es ist, ich sage dir auch ganz ehrlich, so dieses, was sie, wenn ich kurz nochmal reinhaken darf, diese, ähm, diese Philosophie, die bei Google halt abgeht, wo ich halt einfach sage, okay, oder auch nochmal dieser Spruch, sei Sand im Getriebe, so, ne, wo ich einfach sage, das soll jetzt nicht heißen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, soll jetzt nicht heißen, okay, Leute, meldet euch von YouTube ab und meldet euch da und überall ab und nutzt gar nichts mehr, schmeißt das Handy in den Fluss und sowas, ähm, das will ich überhaupt nicht damit sagen, mit dieser ganzen Debatte, sondern es geht, ähm, um bewussten Umgang damit, äh, was macht das und, also zum Beispiel, der Podcast hier kommt ja auch auf YouTube, so, ne, das ist ja, ist ja dann auch gleich das nächste, ähm, soll auch nicht heißen, ich bin jetzt, ähm, riesen, riesen, riesen Apple-Gegner, ich sowieso nicht, finde Apple-Produkte, das wäre mein Traumjob, manchmal bei Apple zu arbeiten, aber, ähm, nee, du, du weißt, was ich meine, so, ne, es ist halt diese, ähm, ja, so ein bisschen diese, diese Debatte, wo man einfach sagt, okay, man muss eine gewisse Einstellung, äh, mit, mitbringen in den, in dem Kosmos, in dem man sich bewegt und auch dafür wirklich mal einstehen, so, ne, ich meine, der Jaron Lanier war, glaube ich, derjenige, der dann gesagt hat, er ist kein Gegner von Google oder von Facebook, er sagt einfach nur, seid euch bewusst, was da passiert und, ähm, ja, versucht es einfach zu ändern und diese Debatte da zu machen, so, ne, das fand ich halt, das fand ich auch absolut den richtigen Ansatz einfach, so, dass, äh, dass man das halt noch mal fest, äh, feststellt. Ich war ja, ähm, wo ich vor zwei Jahren im, äh, in Amerika war, in Kalifornien, war ich ja am Silicon Valley, das war einer der Hauptgründe, warum ich da hin bin und, ähm, hab mir, hab mir natürlich auch die ein oder andere Sache dann angeguckt, mit, äh, verschiedenen Leuten geredet und, äh, natürlich ist das, ist das eine, eine super krasse Arbeitsatmosphäre, ähm, irgendwie für Google oder für Apple, ähm, für Facebook, wie gesagt, dass ich, hab einfach eine Abneigung, das ist, aber es ist eine ganz persönliche Sache, ähm, ist, ist es cool, in diesem, in diesem Valley zu arbeiten, so, wo man einfach sagt, weil die Mentalität dort eine, eine ganz andere ist. Nichtsdestotrotz gibt's einfach, ähm, eine sehr starke, äh, Kapitalisierungsbewegung, wo man einfach sagt, okay, der Profit steht über allem und, äh, wie wir Profit machen, ist eigentlich scheißegal, Hauptsache, der ist irgendwie maximal, so, und, ähm, das ist halt, ja, ist halt Google durch die Praktiken, die sie halt eben ausgeführt haben, hat, äh, äh, diesen Konzern halt in eine ganz andere Richtung gelenkt, äh, wie es vielleicht passiert wäre, wenn sie gesagt haben, ey, hör mal, äh, wollen wir nicht vielleicht doch ein bisschen mehr auf Datenschutz unserer, unserer Konsumenten, unserer, unserer Nutzer irgendwie drauf achten, äh, das wäre, glaube ich, wäre dieses Motto Don't be evil bei Google gefestigt gewesen, äh, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, da möchte ich dann aber eben nochmal von eben aufgreifen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die am Anfang was Böses wollten, aber, es wird ja auch in der Doku nochmal erwähnt, dass, so ein Machine Learning Algorithmus, also, alle Themen und Unterthemen, die jetzt mittlerweile unter KI groß, thematisiert werden, da fällt ja auch dieses Machine Learning rein, Algorithmen, die sich selbst verbessern, ähm, die sind später selbst vom Programmierer meistens gar nicht mehr nachvollziehbar, ja, das ist, ähm, ähm, ganz, das entwickelt einfach ein Eigenleben, sozusagen, richtig, das ist jetzt vielleicht ein relativ weit entferntes Beispiel, aber, äh, letzten Endes ist das, als würdest du ein Kind erziehen und du, nur weil die Eltern das Kind erzogen haben, können sie nicht jede einzelne Tat des Kindes begründen, die wissen trotzdem noch nicht, was in dem Kind vor sich geht und das kannst du gar nicht, wir nutzen ja diese Algorithmen, weil ein Mensch das schon gar nicht mehr nachvollziehen kann, ja, und dementsprechend können wir diese Algorithmen auch nicht kontrollieren, und, ähm, wir hatten es ja in einem der letzten Podcasts schon mal davon, dass KIs ganz, 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 ganz penibel exakt das machen, was man ihnen sagt und dass das Problem mit KI gar nicht ist, dass die uns irgendwie, äh, übertrumpft oder irgendwie böse ist oder sowas, sondern dass wir Probleme haben, in der KI zu sagen, was genau sie machen soll, ja, und wenn wir jetzt, sagen wir, wir zwei beide bauen jetzt eine Social-Media-Plattform, eine Suchmaschine, was auch immer, bauen da eine AI ein und sagen der, versuch bitte für uns, Geld da rauszuschlagen, weil wir haben da jetzt ein Jahr lang rein investiert, wir sind beide noch Studenten, wir kratzen langsam am Existenzminimum, dann wird diese KI dieses Ziel im schlimmsten Fall et absurdum tragen, ja, und das ist auch eine Riesengefahr, weil du wissen musst, was du tust und da sehe ich auch beispielsweise in Deutschland ein ganz, ganz großes Gefahrenpotenzial, weil, wie du vorhin sagtest, ich finde, das ist auch ein Thema, wo wir momentan ziemlich hinterherhinken und ich sehe da gerade in Social Media und so weiter, ich habe vorhin mal aus Interesse geguckt, weil es eben um diese Schnittstelle zwischen IT und Psychologie ging und ich habe mal geguckt, weil ich bin da ja mit einem Medieninformatikstudium, beziehungsweise bei uns heißt es Medieninformatik, es geht aber letzten Endes darum, Software möglichst genau an den Menschen anzupassen, also das geht ja schon in diese psychologische Richtung und dann habe ich mal geguckt, ob es so ein Studium dann auch richtig in Deutschland gibt und tatsächlich findest du relativ wenig, gerade wenn du dann und guckst, was die Amerikaner so anbieten, war jetzt zumindest mein Eindruck in ein paar Minuten Google-Suche und ja, da weil du auch eben von Aufklärung und so weiter geredet hast, es ist relativ schwierig, ein Volk aufzuklären, das in so einem Thema selbst so ein bisschen hinterherhinkt und da denke ich meinst du tatsächlich, wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen, da bin ich nämlich, also ich selber habe nämlich noch keine wirkliche Antwort darauf und da bin ich jetzt auf deine Reaktion ein bisschen gespannt, siehst du das Problem jetzt erstmal rein auf Deutschland bezogen oder erstmal so unser Umfeld, machen wir es mal ganz klein auf unser Umfeld irgendwie, mit dem wir irgendwie tagtäglich, wöchentlich, schrägstrich monatlich irgendwie zu tun haben, dass es an Aufklärung mangelt, also ich sehe es zum Beispiel beim Klimawandel, wenn du das als Pendant nimmst, sehe ich eigentlich überhaupt keine Aufklärungsprobleme oder wenn du irgendwie sagst, ja, meinst du, es ist irgendwie richtig, dass du irgendwie bei KICK die Socken für 50 Cent kaufst, die irgendwie in Indien mit, aus, in irgendeiner Kinderfabrik da hergestellt worden sind, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben, viele Sachen weiß man ja schon, nur irgendwie trifft es einfach im Alltag irgendwie nicht auf Resonanz, man sagt dann einfach, ja, eigentlich ist es mir egal, weil irgendwie ändert sich ja gerade nichts, mir geht es ja ganz gut, ich bin in meiner Wohlfühloase irgendwie drin, die ich mir jetzt geschaffen habe und ja, irgendwie brauche ich ja hier nicht ausbrechen, warum auch, mir geht es ja gut, so nach dem Motto, das ist so mein Gefühl eher, ich glaube nicht, dass es an einem Aufklärungsproblem liegt, wie gesagt, jetzt bei Thematiken wie Klimawandel etc. pp, sondern ja, ist tatsächlich irgendwie, dass das Problem greifbar ist und ich glaube, das ist bei dieser ganzen Social Media Sache, bei dieser, ob das jetzt auch Algorithmen sind, was das eigentlich für uns bedeutet, ist es glaube ich ein ähnliches Problem oder mein Zu, es liegt erstmal an Aufklärung. das kommt drauf an, wie du Aufklärung definierst, wenn du es jetzt bloß als Eigenverantwortung zur Informationsbeschaffung siehst, dann nein, weil die meisten wissen ja, dass es so ist, aber ich sehe es ungemein als Kommunikationsproblem, dass wir nicht drüber reden, ja, keine Ahnung, wenn ich, gerade weil du jetzt näheres Umfeld sagst, ja, wenn jetzt jemand mit dem Auto irgendwo hinfährt und ich sage so, ja geil, da freut sich die Umwelt, solche Kommentare werden komplett ignoriert, wenn ich sowas sage, der hockt sich trotzdem in sein Auto und fährt los und da kommt meistens nicht mal eine Antwort und genauso ist es auch bei Facebook, aber auf der anderen Seite hast du dann auch diese extremen Reaktionen, von denen du jetzt auch schon erzählt hast, wenn du mit Bekannten über diese Doku geredet hast, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da als ITler einfach näher am Thema dran bin, aber du hörst so viele Leute, die wussten, dass Facebook Daten abgreift, und dann nach so einer Doku plötzlich aufstöhnen und sich an den Kopf fassen und, oh krass, das ist ja doch mehr, als ich gedacht habe, ja. Also das Ding war, ich habe ja die Doku tatsächlich, ich habe ja, das habe ich jetzt nie groß nach außen getragen, weil es für mich, aber jetzt im Zusammenhang mit dieser Doku, weil du das jetzt gerade mit Facebook ansprichst und Konto löschen, etc., pp., ich habe ja tatsächlich jetzt gesagt, ich so, jetzt lösche ich einfach mein Facebook-Konto, so, ne, das ist, ich habe Facebook ganz, ganz lange gehabt und einfach immer gesagt, ja, ich habe da so ein paar Kontakte, den habe ich nur über Facebook-Kontakt, etc., und, ja, irgendwie, ich finde es ja scheiße, was sie machen, aber habe es halt nie gelöscht, so, ne, das ist halt ... Deaktiviert, löschen kannst du ja nicht. Doch, doch, du kannst richtig löschen. Du kannst deaktivieren und löschen. Ja, geht jetzt mittlerweile. Du kannst explizit auswählen, ob du es deaktivieren oder löschen möchtest. Okay, gut, wusste ich nicht, ich kann doch nur das mit deaktivieren. Genau, wenn du es löschen möchtest, bleibt es 30 Tage lang, das ist natürlich auch ein Kniff von Facebook, erst mal deaktiviert und wenn diese 30 Tage um sind und du nicht rückfällig geworden bist, ist es komplett gelöscht. So, dann ist das richtig weg, das Konto auch. Ich habe mir natürlich vorher meine ganzen Daten, die Facebook über mich hat, kann man übrigens auch machen, komplett zuschicken lassen und einfach gesagt so, ich weiß, was Facebook über mich weiß, zumindest das, was sie mir geschickt haben und genau, dann wird nach 30 Tagen das Facebook-Konto richtig komplett gelöscht. Nee, habe ich jetzt einfach gemacht diesen Schritt, weil ich gesagt habe, okay, mir ging es jetzt gar nicht, wie gesagt, darum, dass ich gesagt habe, ich bin hier mega krass in irgendeiner Filterblase drin oder sowas, sondern die ganzen Tipps, die sie ja dann auch so im Abspann dann nochmal gegeben haben, dass sie gesagt haben, fangt an, irgendwie Seiten zu liken, die irgendwie entgegen eurer Meinung sind oder irgendwie Leuten zu folgen, die nicht das sagen, was ihr irgendwie gerne hören möchtet. Ich zum Beispiel folge auf Twitter auch Donald Trump, so, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es soll jetzt natürlich nicht heißen, dass nur weil ich Donald Trump folge, dass ich den Typ gut finde, ganz im Gegenteil, sondern ich folge diesem Typ, einfach weil er komplett konträr ist zu dem, was ich irgendwie in der Debatte hören will, so nach dem Motto, aber der Typ ist nur mal Präsident der Vereinigten Staaten und vielleicht ist das ein oder andere für mich erstmal so ein bisschen, oh, interessant, was hat er denn eigentlich dazu gesagt und nicht nur die ganze Zeit irgendwie von anderen Leuten zu hören, Donald Trump hat das und das gesagt, sondern wirklich, ich habe es selber gelesen, was Donald Trump gesagt hat. Ja klar, im schlimmsten Fall besucht das ja sogar bis hierher nach Europa. Genau, so und das ist halt, das sind halt immer so einige Sachen, wo ich einfach sage, okay, da wirke ich jetzt schon ein bisschen, das soll jetzt nicht heißen irgendwie, ja Leute, wenn ihr linksorientiert seid, liked mal die MPD oder so einen Scheiß, das ist natürlich, die sind komplett out of space, so Leute, aber was ich einfach damit sagen will, ist, ich habe so diese ganzen Tipps, die sie am Abspann dann schon nochmal so ein bisschen empfohlen haben, wie gesagt, konträre Meinungen, irgendwie Zeitungen liken irgendwie, die eigentlich nicht einem der Meinung sind etc. Oder, was haben sie noch gesagt, die Mitteilungen auf dem Smartphone, bei mir ist keine App, die irgendwie anspringt, bis auf der Nachrichtendienst von Apple und da schreibe ich hauptsächlich mit ein, zwei Personen immer mit, wo ich gesagt habe, wir steigen auf diesen Messenger-Dienst um und nicht auf WhatsApp und das vibriert dann tatsächlich bei mir am Bein auch mal, weil ich dann weiß, okay, wenn die mir schreiben, dann ist es einfach ein bisschen wichtiger als bei den anderen Personen und denen, da kann ich dann auch nochmal selber entscheiden, ja, antworte ich da jetzt drauf oder eben erst später. Aber ich habe weder irgendwelche Bildschirnbenachrichtigungen oder sonst irgendwie was oder es macht irgendeinen Bing-Ton, wenn irgendeine Nachricht reinkommt oder eine E-Mail oder so oder kriege diese roten Kreise bei Apple oben in der App dann angezeigt, wo du sagst, ja, hier sind irgendwie 200 Nachrichten, die noch ungelesen sind. Habe ich alles ausgeschaltet. Nichtsdestotrotz habe ich einfach durch die Dokumentation, Alter, ich hänge besonders jetzt in den letzten Wochen, kann auch durch den bedingten Stress durch den Umzug gewesen sein oder so, extrem oft am Handy. Wo ich einfach so, also wo du dich selber so erwischst, Alter, ich habe jetzt hier irgendwie auf Twitter schon wieder eine halbe Stunde irgendwie einfach Zeit vergeudet und eigentlich hast du ja nichts gewonnen, sondern es ist einfach diese Nachrichtengeilheit, dass du, dieser Zustand, der auch beschrieben wird, du hast, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber du könntest ja was verpassen, so, weißt du? Und da habe ich halt schon für mich selber auch nochmal gemerkt und da leite ich jetzt auch so ein bisschen zu diesem Thema über, was hat die Doku so vom Nutzerverhalten mit mir gemacht, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das kannst du auch bei Apple ziemlich gut einstellen, ich einfach gesagt habe, okay, ich stelle das jetzt so ein, dass ich pro Tag anderthalb Stunden maximal auf Social Media verbringe. So, bedeutet, wenn ich jetzt zwei Stunden auf, na gut, andersrum, 20 Minuten auf Instagram bin, eine Stunde auf Twitter und zehn Minuten E-Mails aufmache, wie die dann halt auch darunter fallen, dann ist mein Tageslimit einfach vorbei. So, dann kann ich diese Apps nicht mehr öffnen oder muss einfach Hürden überwinden, um diese Apps wieder zu aktivieren und dann, wie gesagt, mittlerweile läuft es ganz gut. Ich finde es allerdings immer noch ein bisschen komisch, dass beispielsweise Podcasts und sowas auch zu dieser Bildschirmzeit dann mit reinzählen und ich höre halt, keine Ahnung, wenn ich anfange zu arbeiten oder sowas, ich höre halt nebenbei super, super oft Podcasts und ob das jetzt hier, keine Ahnung, gemischtes Hack oder sowas halt ist, die halt einfach so nebenbei mal laufen, zählt halt alles in diese Bildschirmzeit mit rein, wo ich einfach sage, der Podcast geht jetzt hier anderthalb Stunden, zwei Stunden und die bin ich ja nicht am Handy, sondern die hätte ich ja auch Radio hören können. So, weißt du, was ich meine? Und das zählt halt noch so ein bisschen mit rein, da bin ich noch ein bisschen am gucken, wie man das noch irgendwie mit rausfiltern kann, aber ja, das hat es bei mir auf jeden Fall geändert, so rein vom Nutzungsverhalten her. Wie gesagt, war so der letzte Arschtritt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, ich habe meinen Facebook-Account gelöscht und eben gesagt, okay, ich richte mir jetzt hier so ein tägliches Limit ein für Social-Media-Kanäle. Ja, das war so ein bisschen bei mir, wo ich sagte, okay, das nimmst du jetzt einfach mal als Anlass und machst das einfach so. Ich weiß jetzt nicht, Suchmaschinen-mäßig bin ich jetzt jetzt natürlich nicht umgestiegen, weil nichtsdestotrotz, ich habe schon oft, auch vorher, vor dieser Doku und die letzten Jahre auch schon, immer mal wieder andere Suchmaschinen ausprobiert, außer Google. Ja, also, man muss nicht das, man muss einfach sagen, Google liefert immer noch die besten Suchergebnisse. Das ist, du kommst am schnellsten zum Ziel, wenn du irgendwas suchst, wenn du Google benutzt. Das ist einfach so. Tut mir leid. Nee, sicher genauso, ja. Ja, so und von daher, es ist auch nochmal so, von mir aus so ein bisschen dieses Appell jetzt an diejenigen, die das jetzt hier auch hören, es heißt nicht, dass ihr diese Dienste, was jetzt auch YouTube und sowas angeht, ich meine, mein Unternehmen versuche ich so ein bisschen in diese Richtung natürlich auch aufzubauen, wo ich sage, okay, ich versuche mir einen Standfuß durch YouTube auch aufzubauen, was halt, ja, ich sage jetzt mal, nicht heißen soll, dass ich irgendwie, dass ich keine Kritik an diesem System äußern darf, so ne, ich will halt nicht von YouTube abhängig werden, weil wenn ich von YouTube abhängig bin, von den Einnahmen, die ich darüber generiere, dann ist es natürlich so, dass ich dann mit meiner Meinung schon ein bisschen vorsichtiger bin und dann sage, hm, ich sehe natürlich jetzt nicht auf dem Ast, auf dem ich hier sitze, sondern möglichst viele Standbeine aufzubauen, wo man sagt, okay, wenn jetzt YouTube wegfällt, okay, von mir aus, ich habe ja noch die und die und die und die Sache, so ne, das ist halt immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, wissen, was diese Plattformen mit einem machen, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man einfach sagt, okay, ich nutze diese Plattformen trotzdem, um meinen Standpunkt nach außen zu vertreten, weil nichtsdestotrotz diese Social Media Kanäle, ob das jetzt YouTube ist oder Facebook oder Instagram, wo Leute einfach eine Reichweite generieren, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ist es für mich einfach selbstverständlich, dass man mit einer gewissen Reichweite auch eine gewisse Verantwortung mit sich trägt und die muss man dann auch einfach wahrnehmen und ich glaube, das ist bei vielen Influencern einfach oder bei vielen Unternehmen überhaupt gar kein Thema, dass dann diese Verantwortung auch wahrgenommen wird. Ich finde ja zum Beispiel Hand of Blood auf YouTube eine ganz coole Socke. Ich finde den ultra lustig, diesen Typ. Ich gucke seine YouTube-Videos unfassbar gerne, aber der ist halt auch echt smart. Das muss man halt auch wirklich sagen. Der hat halt auch einen gewissen Verhaltenskodex, wo er einfach sagt, das mache ich, das geht und das geht gar nicht. Und da ist er einfach ganz klar und an so Leuten, wo ich einfach sage, okay, die in gewisser Weise auch eine Vorbildfunktion nach außen hin wahrnehmen, dass er zum Beispiel die Preisgelder, die er mal beim bei einem Turnier gewonnen hat, bei einem, ach Mensch, jetzt habe ich richtig krass Wortfindungsschwierigkeiten. Das gibt es doch gar nicht. Na? E-Sport, bei einem E-Sport-Turnier, Dankeschön. Gerne. Gemacht hat, es waren irgendwie paar und 60.000 Euro oder sowas. Die hat er halt komplett gespendet. So, hat das auch super krass transparent gemacht, wo geht das Geld hin und so weiter und so fort und wo ich dann halt einfach sage, ja, es ist doch, es ist doch eine klare Sache, so, ne? Und das sind halt immer so Kleinigkeiten, wo ich einfach sage, du hast mit einer gewissen Reichweite auch eine gewisse Verantwortung und der muss man sich halt auch bewusst sein, was die Plattform halt angeht. Und das ist halt so dieser, dann höre ich auch auf, dann darfst du deine Meinung auch gerne sagen. Ich verfalle immer gerne in so einen richtig krassen Monolog, aber ich komme dann immer von einem Gedanken zum anderen. Jedenfalls, was ich jetzt noch sagen will, ist, dass es nicht bedeutet, dass man nicht gegen YouTube sein kann, auch wenn man diese Plattform nutzt. Das ist so diese, diese Formulierung, die hat Superfalt ganz gut formuliert, das ist so dieses Sei Sand im Getriebe. Nutz diese Plattform, aber kritisiere, kritisiere deren Praktiken auch auf ihren Plattformen selbst, um eben diese Debatte anzuheizen. Wenn man dahin kommt, dass dann anfängt, YouTube zu sagen, so, jetzt sperren wir mal das Video hier, dann wissen wir, wo wir angekommen sind und dann kann man natürlich andere Wege nehmen, gegen solche Leute vorzugehen. Aber wie gesagt, es ist halt so eine riesengroße Debatte, wo man einfach sagt, okay, ganz viel passiert über dieses Nudging und die Unternehmen von sich aus oder der Grundgedanke war vielleicht gar nicht böse oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist er nie böse gewesen, sondern es hat einfach so diese Eigengynamik angenommen und wenn man sich der bewusst ist, wo man einfach sagt, okay, gegen diese Praktik und gegen diese Praktik, da will ich einfach dagegen ankämpfen oder was dagegen unternehmen, dann soll man das auch auf diesen Plattformen irgendwie tun, dass sich die Plattform an sich halt eben auch verändert. So, jetzt, das war das Wort zum Sonntag, jetzt darfst du noch was sagen. Ja, also erstmal, ich stimme dir dazu, ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man jetzt nicht einfach anfängt und das alles boykottiert, dass man jetzt das Handy in die Ecke schmeißt und nie wieder in die Hand nimmt. Auch wenn man jetzt nicht gerade Influencer ist oder so, sondern schon allein als Privatperson, wie du eben gesagt hast, man muss auch differenzieren, zum Beispiel von was lasse ich mir Benachrichtigungen anzeigen. Keine Ahnung, ich würde jetzt mein Handy, ich würde mein Handy niemals ganz stumm stellen. Meine Mitbewohnerin sagt zum Beispiel, okay, nachts macht sie ihr Handy komplett in den Flugmodus, da kommt nichts rein und nichts raus, weil nachts will sie ihre Ruhe und dann ist Ende. Ich sage zum Beispiel, das würde ich niemals machen, weil wir hatten bei uns in den letzten Monaten so viele Familiennotfälle, wenn ich dann, ich könnte nicht schlafen, wenn ich mir Sorgen um meine Mutter, meine Schwester, meinen Bruder mache und mein Handy im Flugmodus, aber ich sage dann halt, okay, ich mache es WLAN aus, dann kommt kein WhatsApp mehr, dann kommt nichts mehr, außer ich werde direkt angerufen oder kriege ich eine SMS und das kommuniziere ich eben auch. Ich sage das meiner Mutter, ich sage das meiner Schwester, ich sage, wenn was ist nachts und die Nachrichten kommen nicht an, weil ich schon im Bett bin, dann ruft einfach an. Ich weiß nicht, ob ich es höre, weil wenn ich schlafe, schlafe ich. Da hörst du auch keine WhatsApp-Nachricht. Ja, klar, aber wenn ich schlafe, du kennst das vielleicht, wenn du abends im Bett liegst und kriegst dann mit, bevor du einschläfst, dass noch eine WhatsApp-Nachricht kommt, das zu ignorieren ist halt auch so. Du bist ja erstmal wieder, du hörst das Geräusch, du hast da ein gewisses Training, dein Handy hat dich darauf trainiert, darauf zu reagieren und so. Du bist halt wieder getriggert, dann sind wir wieder beim Thema. Richtig, und da einfach bewusst mit umzugehen und auch bei so Sachen wie Social Media und so weiter, einfach bewusst zu wissen, wonach du suchst und was du postest. Ich habe mir zum Beispiel für mich selbst irgendwann den Grundsatz, wenn ich, keine Ahnung, einem guten Freund diesen Post zeigen kann und ihn erklären kann, ohne dass es mir irgendwie peinlich sein muss oder so. Wenn ich das meiner Oma erklären und zeigen kann, ohne dass es mir peinlich sein muss und wenn ich es bei einem Bewerbungsgespräch erklären und zeigen kann, ohne dass es mir peinlich ist, dann habe ich überhaupt keine Einwände damit, das so zu posten, dass es die ganze Welt sieht. Das ist so mein Grundsatz mit dem komme ich gut klar und beispielsweise, viele wissen ja auch nicht, dass du bei einem YouTube-Account bei vielen Nutzern, die das nicht privat gestellt haben, die Video-Historie einsehen kannst. Deswegen auf sowas achten, was super hilft, meiner Meinung nach, ist ab und zu mal den eigenen Namen googeln. Klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, Peter Müller bist, klappt das nicht so gut wie bei mir jetzt mit meinem Nachnamen oder so, aber es ist mal ein gutes Maß, um zu sehen, wie gut du mit deinen eigenen Daten umgehst und das finde ich ganz wichtig, weil dann siehst du eben auch, was nach außen kommt und das Internet ist voll mit irgendwelchen peinlichen Geschichten, wo bei einer Bewerbung irgendwelche peinlichen Videos oder so ausgegraben wurden. Und das sollte, das sollte man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, weil wenn man, weil wenn man nur Dinge postet, mit denen man auch leben kann, wenn andere sie sehen, dann kriegen solche Firmen einen auch nicht großartig ran mit seinen privaten Daten und dann, wie du sagst, dann kann es eben auch eine coole Sache sein, dass sie die Daten über einen sammeln, weil Google eben die besten Suchergebnisse anzeigt, weil Amazon mir dann eben Produkte anzeigt, die wirklich für mich relevant sind. Ja. Und das ist ja an sich ein Werkzeug, da kann der Endnutzer die Algorithmen ja auch für sich benutzen. Ja. Und so lange immer das ... Das Ding ist, da bin ich jetzt auch wieder bei dem Punkt, wissen das denn die meisten Leute? Und da, wie gesagt, ich hatte letztens mit meiner Freundin auch eine Debatte darüber, da sind wir spazieren gewesen und haben halt über die Doku an sich auch nochmal geredet und sie meint halt, ja, aber die meisten hier, ich habe ja dann auch mit 14 angefangen, die AGBs da durchzulesen und so. Ich so, ich so, nee, das macht vielleicht einer von tausend. Ganz, ganz durchschüttliches, 14-jähriges Mädel. Genau. Ich habe gesagt, das kannst du überhaupt nicht auf alle anderen irgendwie übertragen, auch ich, also Alter, ich habe vielleicht zweimal in meinem Leben irgendwelche AGBs durchgelesen oder sowas. Es ist auch ja mittlerweile, ist ja auch eine Geschäfts- oder eine Verwirrungstaktik, dass digitale Unternehmen einfach dann AGBs mit anderen Unternehmen dann auf andere Unternehmen in den AGBs verweisen, so rum wollte ich sagen, und dann, dass aber Tochterfirmen sind und die dann auch nochmal eigene AGBs haben, wieder auf irgendwelche andere Tochterfirmen verweisen. Und da hast du einfach ein Riesenkonstrukt, da brauchst du Wochen, bis du diese AGBs durchgelesen hast, die dann in einem Juristen-Kauderwelsch verfasst sind, wo kein Mensch durchblickt. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und dann hast du überhaupt keine Chance. Entweder, das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, da muss ganz dringend was passieren, ist diese AGB-Sache halt, wo du einfach sagst, ja okay, ich habe das jetzt akzeptiert, aber bin ich diesem Unternehmen jetzt komplett ausgeliefert? Ja oder nein? Da muss es einfach Rahmenbedingungen geben, wo gesagt wird, das darf gelten, das darf nicht gelten. Und ja, dann kann das natürlich auch akzeptiert werden oder eben nicht. Und wenn du eben sagst, nein, ich akzeptiere das und das, will ich nicht akzeptieren, dass du eben nicht sagst, entweder stimme ich allen zu. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich stimme einem Teil der AGBs zu. Und dann sagt er, okay, dann sind aber auch nur die und die Dienste für dich nutzbar. Also es gibt, glaube ich, vereinzelte Anbieter, bei denen das so ist. Mir fällt jetzt so ein Navigationssystem, so eine Navigations-App ein, bei der das so ist, wo du einfach sagst, je mehr Daten du über dich preisgibst, desto mehr Dienste darfst du nutzen. Aber an sich die Navigationssystem-App funktioniert komplett anonym. Aber ansonsten fällt mir kein anderes Beispiel ein. Aber wie gesagt, für solche Sachen muss es halt Rahmenbedingungen geben. Das ist halt, du kannst ja nicht von jedem 14, 15-Jährigen verlangen, ja, arbeite hier die AGBs durch und erst dann darfst du den Dienst nutzen. Das ist halt auch so dieser soziale Druck von außen so. Wenn halt all deine Freunde bei Facebook sind oder bei WhatsApp oder bei Instagram oder TikTok oder was weiß ich, dann kannst du nicht einfach alleine da stehen und sag jetzt mal, die wenigsten bringen dann diese Willenskraft einfach auf und sagen, ja, okay, dann gehe ich halt nicht in dieses soziale Netzwerk. Du bist, du findest dann abseits der Schule oder auch innerhalb der Schule, wenn man jetzt diese Gruppe von Menschen mal nimmt, findest du einfach nicht statt. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch Probleme, weil viele Lerngruppen mittlerweile oder irgendwelche Hausaufgabengruppen oder gerade jetzt während Corona, da passiert ja so viel über diese Medien und da hast du ja gar keine Chance mehr mitzunehmen. Also wenn ich jetzt während dem Semester gesagt hätte, okay, ich verzichte jetzt auf die ganzen Facebook-Dienste, inklusive WhatsApp, ich wäre total angeschmiert gewesen. Auf jeden Fall, ja. Ja, das wird ja gar nicht funktionieren. Und ich meine, da gibt es ja sogar, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber eine der letzten Sachen, die ich bei meinem letzten Studentenjob noch mitbekommen habe, ist jetzt ein ganz anderes Ausmaß, aber theoretisch gleiches Thema. Da ging es darum, dass, ich weiß gar nicht mehr welches, irgendein Gesetzbuch ein deutsches, wurde von der Website einfach veröffentlicht. Und das führte tatsächlich zu einem Riesenstreit, weil die Regierung einen Verlag damit beauftragt hat, das zu drucken und die logischerweise, wenn du jetzt ein BGB oder ein anderes Rechtsbuch kaufst, die nehmen immer Geld dafür. Und dann war da eben ein Zusammenschluss von Leuten, die haben gesagt, okay, die finden das nicht in Ordnung, das muss im Sinne der Transparenz, muss jedem deutschen Bürger, wenn verlangt wird, dass er sich an die Gesetze des Landes hält, müssen die auch für ihn frei zugänglich sein. Und das ist ja eigentlich nicht gegeben, wenn du es nur als gedruckte Form kaufen kannst. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, das ist ja an sich, ich sehe es genauso, ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche, ob sich das noch irgendein Rattenschwanz hinter sich herzieht, weil du musst ja dann auch überprüfen, sind das die richtigen Gesetze, werden die aktualisiert und so weiter. Da gibt es bestimmt noch viel drüber zu diskutieren, aber der Grundgedanke ist ja der gleiche. Wenn jemand möchte, dass ich mich an Regeln halte, ob das jetzt ein Land ist, ein Konzern, eine Website und so weiter, dann muss ich die Regeln ja auch verstehen. Ja, ich meine, klar, ich kann jetzt einem Kind im höchsten Aristokratendeutsch erklären, wie es sich auf dem Spielplatz zu verhalten hat, ja. Und ich kann ihm total hoch... Mit Monokel und Zylinder vielleicht. Ja, und ich kann mich auch da mit Pfeife, Monokel und Zylinder hinsetzen und dem erklären, keine Ahnung, aber wenn ich dem dann sage, dass in irgendwelchen Fachwörtern in 500 Sätzen erkläre, dass es keinen Sand fressen darf, das guckt mich kurz blöd an, nickt und dann hockt es im Sandstasten und frisst den Sand. Ja, das kannst du halt nicht von Leuten verlangen, ja. Und das ist auch bei uns im Studiengang ein Riesenthema, ja, weil Software ist halt immer unglaublich auf das Denkverhalten des Programmierers zurechtgeschnitten oder des UI-Designers und so weiter, ja. Und die ganzen Sachen, die da hinten dranhängen, das ist gerade in solchen Fällen, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach, dass selbst die Entwickler solche Algorithmen teilweise nicht mehr nachvollziehen können. Und dann musst du einfach Transparenz schaffen, ja. Und soweit sind wir halt in so vielen Punkten noch nicht. Und ich denke, gerade bei solchen Sachen, weil es gibt ja auch, wie ich schon gesagt habe, genug Leute bei Vorstellungsgesprächen oder so, wo solche Sachen den Leuten so ein bisschen das Leben ruiniert haben, weil die einfach nicht wussten, worauf die sich einlassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, da gehe ich, da unterschreibe ich sofort, ja. Also, ich habe noch eine Konsequenz auf jeden Fall gezogen, auf die ich jetzt noch kurz eingehen kann, weil wir jetzt, wie gesagt, also ich wäre jetzt soweit erst mal mit der Doku von meiner Seite aus fertig. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich so auf dem Zettel hatte oder was mir wichtig war, noch mal zu erwähnen. Es wären jetzt so irgendwelche Kleinigkeiten gewesen, aber jetzt nichts Essentielles mehr. Wie ist es bei dir? Gute Frage. Ich denke, wenn wir jetzt weitermachen würden, könnten wir noch die ganze Nacht durchdiskutieren. Aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir abgearbeitet. Genau. Ich würde noch auf eine Sache kurz eingehen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich auf die Oculus Quest 2 noch mal kurz eingehen möchte, was aber ein bisschen mit der Thematik auch noch mal kurz zu tun hat. Das dauert aber, wenn wir es jetzt wirklich auf zehn Minuten vielleicht noch mal begrenzen oder so, länger würde es jetzt nicht einnehmen. Ich will jetzt hier auch nicht ständig im Kreis drehen und noch mal alles zehnmal wiederholen. Die Hauptsachen sind gesagt. Ihr könnt das dann natürlich auch für die Zuhörer jetzt hier oder Zuhörerin gerne noch mal in den Kontext setzen. Und ich glaube, ihr wisst dann auch ganz gut, was ich jetzt meine. Die Oculus Quest 2 ist ja letzten Monat jetzt oder jetzt im September veröffentlicht worden und kommt aber auch erst mal nicht in Deutschland raus, weil Facebook wohl Ärger mit deutschen Behörden hat, von denen die deutschen Behörden auch erst mal eine Weile lang nicht wussten, dass sie Ärger mit Facebook haben. Oh nein. Jedenfalls gab es gewisse rechtliche Bedenken seitens Facebook und deswegen sind jetzt erst mal sämtliche Oculus-Brillen in Deutschland nicht erhältlich. Also Gebrauchtmarkt gibt es natürlich noch, aber man kann aktuell keine Oculus Quest beziehungsweise Oculus Quest 2 jetzt oder Oculus Rift und so mehr in Deutschland kaufen. Ist aber ein anderes Thema. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Oculus Quest 2 einen ziemlichen Kracher gezündet hat, indem sie eine sehr gute Auflösung erst mal mit sich bringt. Fast 4K. 1832 mal 1920, wenn ich mich nicht irre, sind die Werte gewesen. Ist ein einzelnes Display, Farben sollen gut sein und Akkulaufzeit so zwischen 2,5-3 Stunden und sieht auch schick aus. Das Gerät hat einen Snapdragon XR2-Prozessor am Start. Ist jetzt für VR oder Standalone VR nicht ganz so verkehrt. Also es ist ein guter Schritt nach vorne gemacht worden, um es mal kurz zu machen, was Standalone VR-Headsets angeht. Und ja, das Ding ist auch sehr günstig erhältlich. Kostet 349 Euro, wenn man es mit der 64 GB Version bestellen möchte und 100 Euro mehr bei 256 GB, also 450 Euro. Ist deutlich günstiger als die Oculus Quest 1. Ich glaube sogar um 100 Euro, wenn ich mich nicht irre, in den jeweiligen Modellen. Und bringt sogar mehr Speicher mit sich etc. Kurz, das Ding ist günstig, hat was auf dem Kasten. Und jetzt kommen wir hauptsächlich zu dieser Problematik, warum das Ding auch so günstig ist. Man muss einen Facebook-Account haben, um dieses VR-Headset nutzen zu können. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt ist hier deutlich die Linie überschritten worden, wo ich gesagt habe, da gehe ich mit. Mir ging es gar nicht darum, dass man gesagt hat, okay, ihr braucht jetzt einen Facebook-Account, um euch in dieses Gerät einloggen zu können, beziehungsweise um es nutzen zu können. Sondern die Hauptproblematik ist, dass Oculus, wo es von Facebook übernommen worden ist, explizit gesagt hat, man wird niemals ein Facebook-Account brauchen, um die Oculus-Brillen zu nutzen. Das wird niemals passieren. Keiner hat vor eine Mauer zu bauen. Genau, genau, genau der Satz. Facebook hat das bestätigt, gesagt, ja, das wird nicht kommen. So, dann jetzt vor einem Monat stellt sich Max Zuckerberg hin und sagt, ah ja, Leute, übrigens, wenn die nächste Questbrille rauskommt, braucht ihr einen Facebook-Account. Und für alle vorherigen Quest-HMDs braucht ihr für die nächsten zwei, drei Jahre keinen Facebook-Account, aber dann wird das auch da pflicht. So, wo ich mir auch sage, okay, technische Entwicklung im VR-Markt ist ja jetzt nicht gerade so, dass hier alle zwölf Jahre mal ein Gerät rauskommt, sondern wir werden hier jedes Jahr mit vier Headsets zugeballert, übertrieben gesagt jetzt so. Es ist schon so, dass eine Oculus Rift 1 oder Rift S, das Ding ist in drei Jahren einfach alt. Punkt. Und von daher sind sie natürlich genau darauf aus, möglichst viele User abzugreifen, die sich dann diese neuen Headsets holen. Jedenfalls ist es für mich, wo ich einfach sage, nein, da ist jetzt deutlich die Grenze überschritten worden, nicht im Sinne von, hätten sie von Anfang an gesagt, wir werden zwei Generationen jetzt noch machen, wo es keinen Facebook-Login-Zwang geben wird, dann wird dieser Login-Zwang aber kommen. Wäre was völlig anderes gewesen. Hätte ich gesagt, okay, alles klar, da kann ich mich drauf einstellen, ich weiß, was kommen wird, wenn Facebook sagt, zwei Generationen laufen jetzt noch ohne diesen Login-Zwang und danach brauchst du eben einen Facebook-Account, um diese VR-Brillen nutzen zu können. Da kannst du dich ja drauf einstellen. Aber das ist halt ein deutliches, also ja, ein Vertrauensbruch mit dem Endkonsumenten einfach, wo ich einfach sage, also das hätte jetzt auch Apple machen können. Da hätte ich einfach gesagt, okay, alles klar, ich nutze jetzt meine Apple-Geräte einfach noch aus und danach steige ich auf irgendeine andere Marke um. Wenn jetzt Apple sagt, ja, übrigens, Datenschutz ist uns mega wichtig und in den nächsten 20 Jahren werden wir auf jeden Fall dafür arbeiten, dass die Daten auf eurem Gerät bleiben. Dann kommen die übernächstes Jahr an und sagen, ach, übrigens, wenn ihr euch eine Apple Watch kauft, schicken wir sämtliche Gesundheitsdaten ans amerikanische Gesundheitsamt. So, weißt du, das wäre genau so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, Leute, das geht nicht. Also es geht rein um die Kommunikation, so von meiner Seite aus. Und da habe ich halt auch schon gesagt, ich so, okay, diese Debatte, dass du irgendwo einen Account brauchst, der dann irgendwie zulässt, dass du gewisse Dienste nutzen kannst. Ich meine, ich kann mich noch damals an die Debatte ziemlich gut erinnern, wo das bei Ubisoft losging. Die waren, glaube ich, die ersten, die das gemacht haben, bei Assassin's Creed Brotherhood oder beim zweiten Teil sogar schon, wo du explizit Uplay brauchtest, also ein Account bei Ubisoft, um dieses Spiel einfach zu spielen. Du musstest permanent online sein, um das Spiel starten zu können. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran, ich glaube, es war Assassin's Creed Brotherhood, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es damals in der Gaming-Szene einen ziemlich großen Aufschrei, kann ich mich ja gar nicht abdach. Wie gesagt, das war so das erste Mal, wo ich sage, okay, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt aber auch so mittlerweile so im Sande verlaufen. Mittlerweile ist es völlig normal, dass du die ganzen verschiedenen Dienste hast, ob das jetzt Origin ist oder Steam oder wie gesagt Uplay und so weiter und so fort. Der Unterschied ist aber, meiner Meinung nach, dass es ein anderes Tracking ist, wenn du jetzt ein Smartphone als Pendant nimmst, Daten, die auf dem Smartphone getrackt werden, als Daten, die in einem VR-Erlebnis getrackt werden. Also das ist für mich einfach eine andere Hausnummer, muss ich sagen. Und über mein Smartphone habe ich gewisserweise ein bisschen mehr Kontrolle, als wenn ich in einem VR-Erlebnis bin. Also wenn die Zuhörer sich jetzt oder Zuhörerinnen sich gerade jetzt nichts vorstellen können darunter, stellt euch einfach vor, ihr setzt diese VR-Brille auf, neben euch sitzt ein Facebook-Mitarbeiter, der die ganze Zeit auf dem Bildschirm guckt und er schreibt alles mit, was ihr macht, wo ihr gerade hinguckt, wie lange ihr auf irgendwas guckt, wie eure Körperhaltung ist etc. pp. Das ist schon, also wie gesagt VR sind, was das Tracking angeht, ist schon sehr gruselig, auf was Facebook da dann alles Zugriff hat. Besonders auch mit den Kameras und dass sie dann auch sagen, ja auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können wir vielleicht trotzdem das eine oder andere noch an Daten sammeln. Das ist wie gesagt, durch VR, was eben dieses Medium an sich alles zulässt beziehungsweise für Daten sammeln kann, besonders wenn man dann noch auf solche Techniken eingeht, die dann beispielsweise Eye-Tracking noch mit reinbringen, wo dann wirklich ganz explizit gemessen werden kann, wo guckst du gerade hin, wie lange guckst du darauf hin, auf was springst du an, auf was nicht. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Überwachungskapitalismus, den wir jetzt hier gerade so ein bisschen beschrieben haben, ist das glaube ich eine Grenze, wo ich gesagt habe, nein, jetzt ist Schluss. Ich hätte es super spannend gefunden, hätte Oculus einfach gesagt, wir bleiben weiterhin auf diesem Geschäftsmodell zu sagen, 30% von den Einnahmen, die irgendwie im Shop generiert werden, gehen an uns, damit wir diese Plattform unterhalten können und ja, Daten sammeln findet eben in einem gewissen Rahmen statt, aber wir verkaufen es eben auch nicht an Dritter weiter, etc. obwohl es eigentlich glaube ich schon bei Oculus auch so war, dass sie, wo sie von Facebook gekauft worden sind, dass das dann auch schon von Facebook ziemlich viel zur Verfügung gestellt worden ist, da kann man dann natürlich auch nochmal drüber diskutieren, aber das in so einem Maße jetzt zu machen, das finde ich echt verkehrt, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, okay, für mich findet Oculus jetzt erstmal nicht mehr, also was heißt nicht mehr statt, ich werde mir diese Geräte selber nicht kaufen. Punkt. So, das war jetzt für mich auch nochmal so eine Linie, wo ich gesagt habe, okay, da ist jetzt die rote Linie definitiv überschritten worden bei mir. Wie würdest du das sehen? Also ich meine, du hast ja eine Oculus Rift, fändest du das okay, wo du einfach sagst, ja okay, dann locke ich mich halt mit meinem Facebook-Account ein oder? Ist eine schwierige Frage, weil ich bin ja ein ziemlicher Prinzipienreiter und an sich sehe ich das, was den Vertrauensbruch angeht, genauso wie du, weil ich sage, wenn mir eine Firma verspricht, dass etwas nicht vorkommt und es kommt später vor, das ist was, da reage ich auch sehr empfindlich drauf. Wir hatten es heute schon ein paar Mal davon ausgedrückt. Es ist ja nicht so, dass ihr sagt, oh, uns ist hier ein Leck unterlaufen, dass das trotzdem möglich geworden ist, tut uns leid, wir beheben das sofort. Ja. Es ist ja, Leute übrigens, ihr braucht Facebook, ihr braucht jetzt einen Facebook-Account und hauptsächlich verdienen wir jetzt Geld mit euren Daten und überhaupt nicht mehr über die Hardware, die wir euch verkaufen. Ja, auch nicht nur das, sondern du weißt ja nicht, okay, die haben mir das vor zwei Jahren gesagt, heute machen sie was ganz anderes. Du kannst dich ja quasi auf gar nichts mehr verlassen, was die dir sagen. Und gerade bei einem Unternehmen, das halt schon ziemlich viel in der Kritik steht, finde ich das einen unglaublichen Schuss ins eigene Bein. Aber tatsächlich, was die Datensammlung ansieht, sehe ich es ein bisschen anders, weil ich tatsächlich mein Handy für viel, 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 viel kritischer halte, als meine VR-Brille. Ich meine, gut, auf der einen Seite, du machst mehr mit deiner VR-Brille als ich, aber auf der anderen Seite, wir hatten es ja zum Beispiel letzte Woche von dem Hirnchip von Elon Musk und da habe ich ja vorletzte Woche, verzeiht, und da hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass das ja quasi eigentlich nur die nächste Stufe vom Handy ist und dass unser Handy ja jetzt schon die Schnittstelle zwischen uns und dem Internet ist und an dieser Schnittstelle direkt anzusetzen und ich weiß es nicht, aber da gehen die Meinungen ja auseinander. Hört Facebook jetzt nur mit, was ich in WhatsApp schreibe? Hört Facebook auch übers Mikro oder so? Ich meine, wie oft hörst du, dass jemand dir erzählt, er hat sich nur mit jemandem in einem Raum, in dem auch das Handy lag, über ein Thema unterhalten? Er hätte es noch nie in WhatsApp oder so erwähnt und am nächsten Tag kriegt er Werbung dafür. Ich habe keine Ahnung, was da dran ist, aber so rein aus dem technischen Aspekt ist das unglaublich einfach möglich, weil selbst wenn du WhatsApp schließt auf dem Handy, wenn du sagst, hier zeig mir alle offenen Apps an und ich mache jetzt WhatsApp zu, wenn es wirklich zu wäre, würdest du neue Nachrichten erst bekommen, wenn du es wieder öffnest. Das ist wie mit deinem, keine Ahnung, E-Mail-Programm auf dem PC. Du kriegst ja immer wieder WhatsApp-Nachrichten, selbst wenn du, das ist immer offen und genauso verhält es sich auch mit Facebook. Das ist ungemein schwierig, das auf einem Handy wirklich auszuschalten, ohne es zu deinstallieren und deswegen ist für mich so das Handy immer noch ein ganzes Stück kritischer als eine VR-Brille, die ich eben auch im schlimmsten Fall, ich meine gut, mir gehen momentan eh die USB-Slots aus, aber die kannst du auch abziehen. Das ist kein Problem, ja. Gut, also zumindest jetzt bei einer PC-Variante und der Standalone-Variante ist da natürlich auch nochmal. Genau, das ist, und das ist ja glaube ich genau das, was so dieses Hauptproblem auch wird. Ich habe da glaube ich auch, ich unterschreibe auf jeden Fall, was du gesagt hast, gehe ich auch mit. Ich war glaube ich auch schon vom Gedankengang her ein bisschen weiter, was die Nutzung von VR angeht. Facebooks ganz offensichtliches, ich glaube das haben sie in der vorletzten Connect-Präsentation, haben sie das gesagt, ihr Ziel ist es, eine Milliarde Nutzer in VR zu haben, aktiv. Sie bauen ja auch ein riesiges Social-Media-VR-Konstrukt, was ja Horizon ist bei Facebook, wo man sich einfach haupt, also im Prinzip die Leute, die den Film oder das Buch Ready Player One gesehen, beziehungsweise gelesen haben, das versucht Facebook zu bauen, nur eben unter seiner eigenen Kontrolle. Und ich bin einfach oder hoffe es, dass Facebook daran scheitern wird, aufgrund der Geschäftspraktiken, die sie an den Tag legen, dass das einer kritischen Masse nicht schmecken wird und Facebook einfach sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich alle drin haben wollen, sonst erreichen wir unser Ziel nicht, müssen wir unser Geschäftsmodell umstellen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass, wie gesagt, wir haben es gerade ein bisschen ausführlich erläutert, Leute sind eben, wir ja genauso, ich nehme mich da überhaupt nicht von aus, wir sind einfach anfällig für Werbung, für tolle Produkte etc. Die müssen nur irgendwie cool blinken und sagen, boah, das ist aber geil, hör mal du. Und schon guckst du rein und dann bist du quasi schon im Strudel gefangen und das ist, glaube ich, so, ich sage jetzt mal so, in der VR-Community ist auch ein riesen Diskurs gerade darum. Sebastian Ang von MRTV, der hier schon mal zu Gast war in dem Podcast, vertritt da eine ähnliche Ansicht wie ich. Wir haben uns da auch schon ein bisschen privat drüber unterhalten. Es ist auch so, dass wir in diesem Bereich einfach, ja, da haben sich wirklich zwei Lager gebildet. Das musst du wirklich so sagen. Die einen, die nehmen das recht ernst, so einfach sagt, nee, ich finde diese Geschäftspraktiken, die da einfach stattfinden, überhaupt nicht in Ordnung und ich boykottiere das. Und dann gibt es aber andere, die einfach sagen, ja, aber ich finde das in Ordnung und kaufe mir das halt trotzdem, weil ich die Technik einfach geil finde. und ich glaube, dass dieser Kampf ist noch nicht ausgefochten. Das wird jetzt, glaube ich, die VR-Community, je nachdem, wie das Thema da noch entsprechend hochgehalten wird, noch eine Weile beschäftigen, bin ich die Überzeugung. Aber mal gucken, wie ich mich da nach außen hin noch einsetzen werde, dass das, ja, ich sage jetzt mal, publiker wird, mehr zum Thema gemacht wird und dass das eine erste Sache ist, über die man auch reden muss. Zum Beispiel jetzt über diesen Podcast so, das ist halt eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, hier ist so ein kleiner Hebel, an dem ich irgendwie ein bisschen mit dran drehen kann. Ich wäre es auf jeden Fall auch nochmal in dem anderen Podcast mit Mpox und Melf, werde ich auf jeden Fall auch nochmal über dieses Thema reden. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie wir das jetzt hier gemacht haben, aber, ja, das ist halt so, wo ich sage, es ist einfach super wichtig, dass diese Debatte einfach stattfindet und dass die Leute, die diese Produkte kaufen, wie gesagt, das sind natürlich auf der Ausstellung sehe ich das. Da kommen so zwölf, dreizehn, vierzehnjährige jugendliche Kinder kommen da halt einfach an und finden diese Technik total faszinierend, total geil. Hätte ich in dem Alter genauso, aber da ist dann glaube ich so dieser Punkt, wo ich sage, okay, wenn jetzt so ein Kind sagt, ich will unbedingt so eine VR-Brille haben, dann will ich, dass die Eltern wissen, was das bedeutet, wenn sie ein Produkt bei Oculus kaufen. So, Facebook, also steht irgendwo im Kleingedruckten from Facebook oder so, das liest du aber nicht, es ist nicht so offensichtlich. Ja, klar. Und das sind halt diese Sachen, wo ich sage, okay, da muss glaube ich eine ganze Menge Aufklärung stattfinden. Ja, das nochmal soweit zur Oculus Quest 2, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Wie gesagt, hat ganz gut zum Thema gepasst, von daher wollte ich das nochmal mit reinbringen heute. Gut, Philipp, die Aufnahmeuhr tickt bei mir gerade zwei Stunden, zehn Minuten müssen wir glaube ich abziehen, das waren dann glaube ich eine Stunde 50. Ich würde sagen, wir machen einen Cut diesmal, es ging größtenteils Überwachungskapitalismus und Datenkrake, Oculus Quest 2, Datenkrake, was auch immer. Ich glaube, ich nenne die Folge einfach Überwachungskapitalismus. Keine Ahnung, ich muss mir irgendwas Griffiges einfallen lassen. Klingt sehr hochgestochen. Ja, vielleicht irgendwie, ich, ich wollte gerade sagen, hörst, hörst du gemischtes Hack? Nee. Nee, okay. Also ich bin seit, oh Gott, ich würde jetzt so sagen, 30 Folgen ungefähr dabei bei den, bei den Jungs. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden immer super gut und die machen halt immer so, so, so Clickbait-Titel, die sagen dann einfach, okay, wir nehmen uns einfach zwei richtig starke Begriffe und nennen dann einfach eine Folge, es wird nie angesprochen in der Folge, sondern die Folge heißt dann einfach der Sexkrieg. Und irgendwie sowas. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Denk dran, William, du musstest deiner Oma zeigen können, ohne dich zu schämen, du musstest deinem Freund zeigen können, ohne dich zu schämen und du musstest bei einem Bewerbungsgespräch zeigen können, ohne dich zu schämen. Ich glaube, ich hätte bei allen dreien kein Problem damit, das zu erklären. Genau. Nee, ich lasse mir irgendwas Griffiges einfallen und mal gucken, wie die Folge dann heißt. Ich danke dir auf jeden Fall, Philipp, dass du heute wieder mit am Start warst, dass das so geklappt hat und es war echt, glaube ich, also für mich jetzt, es war die beste Folge, die wir jetzt gemacht haben. Es war richtig geil. Hat mir auch gut gefallen und vielleicht zum Schluss auch von meiner Seite aus nochmal, gerade als Fachmann, der Aufruf an unsere Zuhörer, ich meine, wenn ihr uns hier zuhört, dann habt ihr ja schon ein Grundinteresse an Technik und ihr müsst keine Programmierer sein, um euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich lese auch gerade ein unglaublich interessantes Buch, wo es um ähnliche Themen geht, auch viel um KI und so weiter. Das heißt, ich meine, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das ist tatsächlich extra für Nicht-ITler geschrieben. Es gibt ganz viel Fachliteratur und bevor man sich eine Meinung über die Themen bildet, wirklich unglaublich gute Sachen, einfach mal reinschauen und bewusst die Technik nutzen. Damit macht man auch ehrlichen Programmierern das Leben am Schluss leichter und vor allem passt man besser auf seinen eigenen Kram auf. Okay, ich verlinke das Buch, schickst du mir auf jeden Fall nochmal. Das ist in den Shownotes verlinkt für die Leute, die nicht wissen, was die Shownotes sind. Das ist im Prinzip die Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube ist es unten in der Videobeschreibung nochmal mit drin. Ich verlinke auch auf jeden Fall von Susanna Schuboff das Zeitalter des Überwachungskapitalismus unten in den Shownotes. Das sind Affiliate-Links. Nochmal zur Information, Affiliate-Links. Wir kriegen, wenn ihr das Buch kauft, zahlt ihr nichts mehr, sondern wir beziehungsweise ich geht dann natürlich auch je nach Einnahmen, wir wären jetzt hier richtig reich, wir wären ja richtig Kohle machen, Philipp. Geht ein kleiner Teil davon einfach als Werbeaktion dann auf mein Konto über. Das sind ein paar Centbeträge meistens dann. Aber wenn sich das läppert, dann unterstützt ihr natürlich auch den Podcast damit. Das kann ich euch versprechen, wenn ihr das machen würdet. Aber ich rechne jetzt nicht damit, dass das jetzt hier zehntausende Leute kaufen. Von daher, die Bücher, die wir jetzt so ein bisschen erwähnt haben, die wir beide jetzt für wichtig geachtet haben, sind unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Wie gesagt, der Hinweis, es sind Affiliate-Links. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei euch. Kommentiert fleißig, wenn euch das Thema interessiert hat, was eure Meinung dazu ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich wäre auch ordentlich die Werbetrommel rühren, dass dieser Podcast möglichst oft gehört wird. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung zu den angesprochenen Themen ist. Wurde heute sehr gesellschaftlich, philosophisch, aber es hat eben auch alles mit Technik zu tun. Ich finde es super aktuell und von daher, ja, betrifft einfach unser alltägliches Leben ziemlich stark und von daher, das war mir ein Bedürfnis, das in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mal loszuwerden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit wir besser gefunden werden. Jetzt aber genug mit Däumchen während Träumchen. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.